Das erste Zeichen wird am Himmel erscheinen. Ich hoffe, allen geht's gut. Ich hoffe, alle haben bis jetzt einen schönen Tag gehabt, einen schönen Freitag. Wir kommen zurück zu, äh, ja, okay. Wir kommen zu einem neuen Projekt, Diablo 3. Ey, eigentlich hätte heute Uncharted 4 kommen sollen. Ich bin so sprachlos. Ich habe Uncharted 4 einfach in CD-Form. Ich dachte mir so eine Stunde vor dem Stream, ja, okay. Ich pack mal die CD rein, ich download mal das Spiel, also installiere es mal. Und was passiert? Die Disc konnte nicht gelesen werden. Ich dachte schon so, hä? Ich habe nochmal rausgemacht, die Disc. wieder rein ins Laufwerk. Das hat wieder nicht funktioniert. Immer und immer wieder. Ich habe das etwa zehnmal probiert. Nichts mehr funktioniert. Und vor allem die Playstation hat immer so, ja, Geräusche gemacht, wie es anfangen würde zu laufen. Und dann hört es auf. Also es hat übelst Stockgeräusche gehabt. Das hat schon übelst nicht gut geklungen. Ich habe dann eine andere CD, ja, genommen, um zu testen, ob, äh, vielleicht, ja, eine andere CD funktioniert. Die hat auch nicht funktioniert. Dann habe ich eine andere CD probiert. Die hat auch nicht funktioniert. Also es hat keine einzige CD funktioniert. Leute, wir spielen jetzt Diablo 3. Wir machen jetzt schnell eine Pause mit der Uncharted 4. Oder mit der Uncharted Serie. Ich habe zwar dort ein Spiel, was ich noch nicht, äh, gezockt habe. Und was ich eigentlich ja unbedingt zocken wollte. Aber, das Schicksal, das Schicksal gesprochen, ey. Okay. Wir fangen mit Diablo 3 an. Und jetzt zur Cutscene. Let's go. Oh, das übelst gutes Timing einfach. Ich muss jetzt übelst viel abbrechen. Aber jetzt fangen wir an, Leute. Und am Ende aller Tage wird das erste Zeichen am Himmel erscheinen. Gerechtigkeit wird über die Welt der Sterblichen kommen. Oh, die Cutscene sind so geil. Die Heere von Licht und Schatten werden sich bekriegen auf den Schlachtfeldern der Ewigkeit. Oh, so neulich. So geil. Ich freue mich wieder auf dieses Spiel. Ich freue mich wieder auf dieses Spiel. Aber es gibt noch viel zu tun. Wenn diese Übersetzungen stimmen, könnten die Mächte der Hölle schon aufgebrochen sein. Die Welt muss vor der Finsternis gewarnt werden. Du glaubst mir doch. Oder, Lea? Es hat begonnen. Oh, ja. Du hast das, Onkel. Es ist unwichtig. Siehst du richtig Gänse aus, einfach. Siehst du richtig Gänse aus, einfach. Wir kommen zu Diablo 3. Ich hab's ja eigentlich... Eigentlich... No joke. Das ist wirklich das allererste Projekt. Aber es ist nur so teilweise bei Youtube. Und ich glaube, ich hab auch Uncharted als erstes bei Youtube drauf geladen. Und dann kam irgendwie Diablo. aber Diablo war irgendwie damals mein Test-Stream und jetzt zocken wir es richtig durch also ich habe damals auch ein bisschen Story Zeug angehört wir schauen mal hier ob es einfach ein Charakter ich habe übelst viel mit Kollegen gezockt ich mach mal einen neuen Charakter ich glaube von allen Leuten habe ich den Hexendoktor nicht ganz fertig gemacht da war ich glaube ich bis level 64 63 irgendwas wir können ja gleich schauen sonst habe ich aber aber alles bis auf den Kreuzritter ich glaube wir machen mal den Kreuzritter und ich glaube wir machen weiblich letztes mal haben ja so ein Mönch genommen das war übelst lange her eigentlich in Tina einfach let's go wo sieht man das man muss halt durchscrollen ok Dämonenjäger 2070 das war Totenbeschwörer und die Barbarin habe ich auch 76 64 oh damn Mönch Haze haben wir letztes mal gezockt der war auch nice Dämonenjägerin das war so mein Main Charakter habe ich immer benutzt bei liebst gut und sonst mit den anderen ja dann dann ist eigentlich gut dass wir Kreuzritter gewählt haben gut starten wir keine ahne was ich mach mal profi und wenn es dann zu schwierig ist gehen wir runter ja nein komm wir machen das ist schwer profi ja es geht und wie ihr vielleicht schon hört ist unser special guest wieder da die playstation ich glaube wegen dem klingt sie auch so dies komplett gefüllt mit staub story mit zwölf leistete ich den Eid verließ mein Zuhause und meine Familie als ich 16 war starb meine Meisterin ich nahm ihren Schild und ihren Namen an mich und wurde so zum Kreuzritter der Glaube war meine Rüstung die Pflicht meine Bestimmung die Feinde Zaka Ruhms zu vernichten ich schwor zu leben wie ein Kreuzritter und so zu sterben nun kehrt die Verderbnis zurück in die Herzen der Menschen damn ich mach dann später noch ein bisschen lauter tut mir leid wegen dem ein gefallener Stern führt mich nach Westen zur Stadt Neutristran der Kreuzzug ruft mich und ich folge let's go ja ich mach definitiv lauter ich glaube ich hab das leiser gemacht als ich damals mit Kollegen gezockt habe ok Sound ja ich mach 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 80 sprachlautstärke ja ja komm machen wir am lautesten dass man gut der gefallene Stern ist nahe aber auch der Tod ist nicht weit ok das ist gut ok ich muss nochmal wieder ein bisschen in die Steuerung kommen ich hab ne Kreuzritter halt noch nie so richtig gezockt ok wie kann man ah Netzwerk ja ok nur für Freunde ich mach mal lokale Spielsuche das hatten wir doch schon letztes Mal kam plötzlich jemand rein und dann so genauer einfach ok wenn ich x drücke machen wir so eine sozialattacke ok aber so Zeug ich weiß gar nicht was sie verbraucht Mana wahrscheinlich nicht gut aus Fokus oder ja keine Ahnung den Kreuzzug hält nichts nice ok ich muss wirklich übelst in die Steuerung kommen ok wir haben R2 stürmt auf euren Gegner zu und versetzt ihm so wie allen so wie allen Gegner wie kann es roll ach mit R2 loll hehehe ey nico ey jo diabolisch ja voll hehehe servus und mir gehts gut aber nein es freut mich immer gut zu hören hehehe ja ähm meine Plays ist Schrott ja jede CD die ich besitze kann ich jetzt nicht mehr spielen weil das laufwerk ein defekt hat und wegen dem er gibt es planänderungen also im anstattet vier hätte ich nur in cd form gehabt ist ja mies ja wirklich muss sich ja hart treffen ja ich glaube mir ist ich war hier so also hinter der cam also ich habe ja die cam hier auf dem tisch und hinter der cam ist ja meinen tv mit playstation und so und dann bin ich so vor meinem tv am boden am sitzen gewesen ich habe so gewerkt es funktioniert nicht habe es in etwa 10 50 also jetzt kann ich darüber lachen aber wohl war ich wirklich am boden zerstört also ich bin immer noch im boden zerstört weil es hat so viel planänderung gemacht weil ich hätte watchdogs noch zocken wollen ich habe ganz viele spiele noch wieder zocken wollen jetzt nicht möglich sind vor allem wieder horizon zero dawn einfach genau dort wo ich schon mal das problem gehabt habe kann ich jetzt nicht wieder zocken und das ist eines meiner favorite games das ist so dumm so dampf einfach ich ja es ist halt so und wie lange brauchst um einen ordentlichen pc oder eine neue konsole zusammen zu sparen schon lange das dauert wahrscheinlich auch noch eine weile weil jetzt das doch dazwischen gekommen ist man ist es so dumm okay ich habe einfach so im mitten vom text aufgehört brain einfach von mir wieder stimmt auf euren gegner zu und versetzt ihm sowie allen gegnern in der nähe einschlag verursacht 700 prozent waffen schaden als heiligen schaden heiligen schaden sowie 300 prozent der block chance eure schild als als heilschaden okay das klingt ja schon mal immens viel seid gegrüßt ich bin ein kreuzritter der zacka rum und ich sah wie ein stern auf dieser stadt niederging er ist in die kathedrale eingeschlagen es gab nur eine überleben ihr solltet mit ihr sprechen das sind noch mehr wo die Tore nicht öffnen oder so wie ein schilder alle wahrscheinlich heißt es jetzt kommen wir werden um in nächster Zeit wieder zu Ende anfangen also wenn ja jetzt werden wir wahrscheinlich für eine weile bis im jahr bezochen je nachdem bis sonntag wie schnell als ich hier vorankommen also ich lasse mir Zeit ich habe noch nie jemanden zu kämpfen und dann irgendwann vielleicht wiederxendung bleibt ist eigentlich gerade übelst funny du kannst als funny empfinden ich habe gestern so gesagt ja vielleicht zocken wir das wieder mal und jetzt 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 ist definitiv dass wir es wieder zocken ähm ist eine neue nachricht gekommen ich habe wohl nein also das fenster gesehen was sagst du die toten suchen uns heim damit die toten suchen uns heim verflucht wir müssen sie verbrennen nur um sicher zu gehen dass sie sich nicht aus ihren gräbern erheben okay ich bin gekommen um mehr über den Fall des alten Tristram zu lernen das hier ist näher an der Geschichte der Stadt als mir lieb ist Möget ihr ein letztes Mal die Hilfe der Götter erhalten die Hilfe jener die uns verlassen haben danke Bruder Malachi der Heiler der übelst lange Name habe ich ein paar richtig hübsche Sachen für dich okay sehr gut das ist sie gar nicht mal so oh shit oh shit habt ihr unser Geld schon gesehen wir haben einfach 90 Millionen ups äh ja dann kaufe ich mir schnell paar Startsachen sind wir schon mal gut ausgerüstet oder es ist eh ich hab das eh schon gezockt also hier auf dem Kanal wegen dem halb so wild was habe ich hier drin vielleicht habe ich ein paar legendäre Stuff hier drin oh shit ich glaube wir haben eh einen Siegelring aber viele Sachen können wir halt noch nicht tragen weil wir halt äh nicht das Level dafür haben ist der Händler Schiach? 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 was weißt du mit dem? äh okay vielleicht können wir irgendwas äh craften bei ihm oh nein das ist meistens verwehrt all right ja dann gehen wir rein let's go Tristram war einst so ein wunderbarer Ort zu leben meine Familie lebt hier seit die Stadt aus den Ruinen wienerisch für hässlich ah ok ok es ist schrecklich die geliebten Verwirrung hat wie ein klassischer Händler ausgesehen im Mittelalter oh shit also im Real Life wäre sie dead nope die anderen Abenteurer auf der Durchreise sahen nicht so tödlich aus ok egal was alle sagen das Ding das vom Himmel gefallen ist war kein Stein wegen eines Steins kommen die Toten nicht aus ihren Gräbern ey Lea was geht man erzählte mir man erzählte mir dass ihr den gefallenen Stern überlebt habt das habe ich doch er riss meinen Onkel Deckard Kane in die Tiefen der alten Kathedrale ich versuchte ihn zu finden doch die Toten erhoben sich bereits ich kam zurück um die Miliz zu alarmieren doch passt auf die Verwundeten sie verwandeln sich ah no boom alle weg ja ok Kreuzritter gefällt mir schon jetzt das ist eben einer von den Charakteren nein das ist der einzigste Charakter den ich noch nicht so intensiv gezocht habe wenn niemand etwas unternimmt zum Beispiel sie wieder zur Ruhe zu betten dabei kann ich helfen habt Dank ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen er kann euch sagen was zu tun ist ok let's go ab zu Rumford sprecht mit Hauptmann Rumford ok wo ist der was haben wir hier oh shit saisonale Beute oh das verfällt in paar Tagen oh ich glaube das ist aus meinem saisonalen Charakter es hat sehr gut ausgesehen einzige nicht einzigste ja ok mein German ist eh broken das solltet ihr ja eh wissen was ist eigentlich hier Keynes Haus Keynes ah von dem ah stimmt ok von dem alten Typ ist hier sonst irgendwas ah hier ist ein Buch wir sind endlich bei Tristrams alter Kathedrale angekommen hier begann Diablo Herr des Schreckens die Menschheit erneut zu verderben hier finde ich vielleicht endlich die Antworten die ich suche ja Lea sorgt sich um meine Sicherheit aber ich glaube dass ich hier Informationen finden kann die für den Sieg über die letzten Herrscher der brennenden Höllen hallo 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 auch wieder mal da ich hoffe dir geht's gut ah der mit dem mal falsch falsches Menü so das habe ich mir eben auch überlegt paar Sachen haben wir noch gar nicht ausgerüstet das hier ok sehr gut wenn du Deutsch statt Denglisch sprechen würdest hättest du es sicher bald drauf wenn man diese Seiten hiebe ich will ja gar nicht Deutsch reden mir gefällt das Denglisch aber Hauptmann Daltin und die Lies wurden von diesen Dingern abgeschlachtet nur ich habe überlebt habt Vertrauen Hauptmann der Obertschi habt Vertrauen nun ich habe euch kämpfen sehen erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin ok wieder die erledigen diese Abscheulichkeiten hervorwürgen ich frage mich wir reiten die Barrikaden an oh no wow wir können ja so entgegenpushen geil ok der Kreuzbitter ist wirklich not bad ey hör auf das ist eine von diesen scheußlichen Müttern in den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen oh man immer diese Mütter wir haben nichts das wäre schon freigeschaltet aber dafür brauchen die Objekte ok gehen wir weiter let's go ist auch eigentlich mal ein ganz anderes Spielprinzip wir haben ja eigentlich jetzt meistens Open World Games oder RPGs aber ich habe die Ablo früher wirklich viel gezockt weg da Schlitzen Schlitzen ok sieht jetzt nicht krass anders aus denn ich mache mal Vollbit und setze mich auf die Couch ok ist gut ok es macht aber auch ein bisschen mehr Schaden so wir gehen jetzt schön hier die ganze Welt erkunden oh no und wir sind schon eindeutig mehr da oben ist wieder so eine Mutter geh weg so dankeschön für das money nicht genug Zorn ah Zorn hat sie ok ok ich wusste ja nicht was sie für Energie verbraucht die andere Zauberer haben ja irgendwie Mana und sie hat Zorn aber wir haben was was wir gebrauchen können ich glaube das hier ist das schwingt des großen Übels das ist von Mercy von Overwatch und hier vom Necromancer ich behalte mal die aber ich wollte eigentlich Gefährten weil die sammeln das Geld ein wir können ja alles schnell anschauen hier so eine Hand wie so ein geister Typ halb geformter Golem what what kann mich noch genau an den Tag erinnern an dem ich die Demo von Diablo 1 installiert hatte oha ja ich kenne auch die alten Spieler aber haben sie selber nie so richtig gezockt viele sagen ja auch ey bestes Spiel ever von damaligen Zeiten so ja alleinstehend damals gewesen kommen wir nehmen das Wufo Flaggen nein nein das müssen wir jetzt nicht Flaggen und Portalrahmen ah ich mach mal so das Portalrahmen bringt ja eh nichts der Gefährte ist jetzt eigentlich das einzige was so was bringt okay hier vielleicht wäre ja ein Durchgang entstanden keine Ahnung weg da so immer schön alles mitnehmen hier ist nicht mal irgendwas rausgekommen wow 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 okay das ist nice feuer okay es geht nur noch hier weiter da hinten habe ich einen Eingang gesehen hier ist auch wieder einer die Klassik erste Mission einfach weg da puh ja man gut ah hier ist auch wieder so eine Mutter gut sie ist weg gerade zwei Schilde gedroppt so weg mit euch am Anfang sieht es ja noch nicht so spektakulär aus halt wegen den Angriffen selbst aber irgendwann kann man sich so mit den ganzen Waffen die man bekommt oder generell ausrüstung kann man sich alles so krass ja verstärken lassen oder zu Spezialeffekte dazu gehen die Toten sie haben angefangen uns zu fressen nein sie sind überall rettet euer leben oh hier ist ein spezieller ich wohnte damals in einer Wege hatte dann den Tag frei nach stundenlang zocken konnte erste nach hause nur um auch stundenlang zu zocken kenn ich auch wenn ich manchmal bei Kollegen in den Ferien war war das genau das gleiche beide haben irgendwas gezockt hehehe classic einfach aber wir haben ja auch noch ein Level Up ah Piek noch nicht oh ok aber das will ich noch genauer ansehen was haben wir hier eine Lichtwelle bricht aus eurem Schild hervor und blendet vier Sekunden lang alle Gegner in einem Bereich von 30 Metern vor euch ok wie gehen wir hier rein ok yo einfach ein Legendärer ok hier muss ich ein bisschen aufpassen oh mein Gott nein sie haben mich eingekesselt Blenden 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 wo er weitergeht er kann sich teleportieren also ich hab dann auch Schwierigkeitsstufen profi eingestellt wegen dem kann ich sein dass es am Anfang ein bisschen länger dauert also also geht aus ja nur Geduld oh mein Gott die sind genau so hardrackig so ja man das ist das gerade für ein Fight weg mit dir gut mein Zorn reicht dafür nicht aus ja es ist gut das werden wir wahrscheinlich auch tausend mal hören und das alle ok wir haben gar nicht so viel gutes Zeug bekommen glaube ich aber wieder falsches Menü ja äh nice a fight nein ja wir haben halt ok wir haben ein besseres Schild bekommen vor allem unser Charakter sieht ja jetzt am Anfang noch relativ basic mäßig aus also wirklich normal ähm das wird sich dann auch noch ändern ja also da ist die letzte gut wir haben einen Schwungangriff ok schwingt einen mystischen Pflege der alle Gegner innerhalb von 18 Metern vor von euch 480 Waffenschaden zufügt ok mal ah ok ja aber irgendwie macht sie nichts zu krassen Schaden ok es 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 geht eigentlich noch aber ich dachte ich es wäre eine neue Nachricht gekommen manchmal ist es auch es ist sehr verwirrend weil die Anzeige kommt ja immer wenn auch mehr Leute zuschauen oder halt jemand schreibt weiß ich nie es könnte auch mein Handy sein mein Handy hat ja auch immer ein bisschen Verzögerung hm kann man hier runter? wahrscheinlich nicht, hä? aber dort hinten ist ein Eingang ok es ist es ist es ist gar nicht mal so schlecht weil es Flächenschaden macht nicht genug Zorn ja komm Zorn gut gehen wir noch schnell dort rein hello irgendwer muss den Schatz entwendet haben ja ich benötige mehr Zorn aber die anderen sind ganz normale Gegner es ist nur ein Legerweg als der speziell ist so so das Blätten ist sehr effektiv schade dauert es ein bisschen dass es wieder aufgeladen ist auch legt ihn mein Zorn reicht dafür nicht aus sehr gut oh sehr gut sehr viel Cash gegeben wir haben den bogen bekommen wir haben den bogen bekommen warum ja geil wir können den bogen gar nicht ja ausrüsten sehr nice that was worth it so richtig schlecht einfach zwei gegner alt tristan diablo selbst hat diesen ort heimgesucht er kam wahrscheinlich auch in alten spielen vor da habe ich halt jetzt wirklich kein so richtigen bezug dafür das haus schützt einfach ich benötige mehr zorn unser charakter ist sehr aggressive dieser gegner muss sterben so richtig überzeugt nicht genug zorn ja was was So, da ist wieder einer. Wie gut. Ich weiß nicht, ich glaube, die blauen sind Elite-Gegner. Also wenn sie so blau leuchten und gelb sind sie dann legendäre Gegner. Oder wie das auch noch mal hieß. Oh, die scheußliche Königin. What? Die macht einfach immer mehr Gegner. Lauf nicht weg. Nein. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Ja, Mann. Cool, okay. Kurzschwert. Ist hier. Wurfspieß. Wow. So. Wow, es bricht einfach alles ein. Sehr geil. Okay, ich glaube, wir haben alles. Haben wir hier irgendwas? Eigentlich die Rüstung, die wir uns vorhin gekauft haben. Das war das Beste, was wir bekommen haben. Ich verkaufe mal ein paar Sachen. Eigentlich alles. Alles, was wir nicht ausgerüstet haben. Du hast neue Sachen ausgegraben, die du dir ansehen solltest. Nope. Weil wir haben auch hier einen gewissen, äh, ja, Anzahl an Gegenstände, die wir mitnehmen können. So. Und, was geht ab? Danke für eure Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Sie hat Mut. Mit etwas Hilfe könnte sie Cain tatsächlich noch retten. Wow. Wir haben ein Schild bekommen. Sogar ein sehr gutes Schild. Holy... Okay, nice. Lea, lasst uns euren Onkel suchen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Okay. Begebt euch zu den alten Ruinen. Okay, das machen wir. Let's go. Also, eigentlich wieder dort, wo wir vorhin waren. So. Hier, lasst mich das Tor öffnen. Wow. Weg mit euch! Nicht genug Zorn. Oh, wir haben noch einen doppelten Schaden. Geil. Da hat's noch einen Schatz. Alles geht kaputt. Oh, wir haben neue Schuhe. Hehehe. 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 So. Schaut. Ein verborgener Keller. Folgt mir. Okay, gehen wir rein. Hier liegen dunkle Geheimnisse verborgen. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Oh nein! Ich hab' ihn nie geglaubt. Okay, wir müssen also erst den Nebengegner aus... Oh nein! Es ist einer, der eingefrieren kann. Okay. Das kann ich leider nicht tun. Nein! Huh! Oh mein Gott, das war close! Ich muss noch ein wenig länger warten. Das ist doch unglaublich. Komm! Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Es hat eben diese Effekte, die es dann manchmal dazu gibt. Je schwerer das Spiel ist, umso mehr Effekte haben diese Gegner. Ich kann euch sagen, bei den wirklich schwierigen Schwierigkeitsstufen ist es nicht einfach komplett übertrieben. Es gibt ja irgendwie 16 verschiedene Schwierigkeitsstufen. Es fängt dann irgendwann Qual an. Also als Schwierigkeitsstufe. Und dann geht's dann ja aufwärts. Qual 1, Qual 2, Qual 3, dann bis 14 oder 15. Wenn sie nicht jetzt schon mehr hinzugefügt haben. Und ich kann euch sagen, das ist so übertrieben einfach. Aber machbar. Es ist funny, so zu zocken. Es war einfach ja, manchmal stirbt man ohne Grund. Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich werde gehen. Let's go. Bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank. Elden ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was ich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Oh, wir haben irgendwas. Ich tröstete ihn so gut. Oh, jetzt haben wir schon eine Fähigkeit dazu bekommen. Okay. Zu jeder Fähigkeit, die es gibt, gibt es dann noch so unter, ja, Applikationen oder Mods einfach. Die dann halt, ja, einen gewissen Effekt machen. Es gibt zum Beispiel irgendwie einen Eis-Effekt oder einen Feuereffekt. Da kann man halt immer ein bisschen switchen und ausprobieren. Je nach Belieben halt. Und wir haben jetzt zerborstener Schild bekommen. Das macht dann, der Schild zersplittert explosionsartig in kleinere Fragmente, die zusätzliche Gegner treffen und ihren 740% Waffenschaden sowie 335% der Blockchance eures Schilds als Schaden zufügen. Holy moly, okay, das klingt schon mal sehr gut. Jetzt haben wir halt nicht mehr dieser komische Schwung-Attacke. Aber spielt ja auch keine Rolle. Das konnte dennoch, wohin auch immer er aufgebrochen ist, die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Christram erneut einzuhöhlen. Das geht jetzt. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. Das macht sich extrem viel Schaden, ne? Das hat gut geklungen, aber es ist letztlich nicht so das Beste. Okay. Ja, wir probieren jetzt immer wieder ein bisschen aus und irgendwann, äh, weiß ich hab ein bisschen Bescheid wegen den Fähigkeiten, Attacken. Dann können wir uns gut, äh, ja, für diesen hier ist der Schaden, äh, auswählen. Oh, komm. Ich bin ja auch schon so gemacht. Ich bin ja auch schon so gemacht. Ich wusste ja damals auch nicht, was genau ein, einstellen für Attacken. Am Schluss hatten wir ja wirklich das perfekte, äh, ja, die perfekte Angriffstechnik ausgeballt. Er war damals so schnell unterwegs, das ist so gar nicht gewesen. Nein! Noch nicht! Oh mein Gott! Und sie haben umzingelt. Das ist gar nicht gut. Weck mit euch, so. Nice! Ja, wir müssen dort rein. Der gefallene Stern liegt im Inneren. Ja. True! Es kommt wieder einfach auf den Gegner. Lederhose. Okay. Komm, hier. Ich glaube, wir bräuchten ein besseres Schwert. Das haben wir aber leider gerade nicht. So. Ich glaube auch, die Anfangswelt ist gar nicht so groß eigentlich. Kathedrale, Ebene 1. Let's go! Sieh! Ah stimmt, hier unten ist er, also in diese Richtung müssten wir gehen. hier runterlassen. Alle weggemacht. Ja. Ja, okay, das war aber wirklich gut. Überspiel auf einmal. Oh, diese großen Gegner. Ich weiß ja nicht. Die explodieren immer und da kommen nicht so Schlangen raus. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Ich will es auch nicht genauer wissen, ganz ehrlich. Was haben wir hier? Oh nein. Abstand Corona. Immer diese Fledermäuse. Hallo? Weg damit. Gut. Wieder neue Schuhe. Ich hoffe bei Level 8, wir kommen dir in eine gute Attacke Auf Oh, ich habe alle Blenden Oh, exklusiv So, ich fasse Level ab So, das ist auch nicht mehr viel Okay Ja, easy going Es gibt sehr viele Sackgassen Also wir können uns sehr gut verlaufen Also es ist auch immer random Zum Glück Sonst wäre es übelst langweilig Ich finde eine Holzachse Der hat auch Ja, von Angriff mehr Aber generell wäre es doch nicht gut Kommt hier jemand Dass hier keine Gegner kommen So Wir haben übelst schnell Booster einfach Leichtfüßigkeit Oh, und da kommen wieder Fledermäuse Ich benötige mehr Zorn Ja Ist gut Also viele Leben haben sie schon Ich glaube ich sollte mich als erst auf Einkommen zu sehen Nur Geduld So, wieder Blenden Die süßest durcheinander einfach Irgendwider Blenden Okay, einer ist fast da So So Au Mach ihn weg Wir schaffen den zu Noch eher als der andere Nein Der ist jetzt weg Geh daun Oh Mann Oh, wir haben Wir haben eine Lederkarte Zu bekommen Okay Warum nicht? Und du willst Fleisch? Du willst Fleisch? Gut, Level 8 Was haben wir bekommen? Eisenhaut Eisenhaut? Eure Haut wird zu Eisen Ja, okay Nein, das hätte ich jetzt nie gedacht Bei Eisenhaut wird die Haut zu Eisen What? Krass einfach Sodass sie vier Sekunden lang 50% allen eintreffenden Schadens absorbiert Schlecht einfach Ja, es wäre sicher hilfreich Aber jetzt Blenden lieber die Gegner, dass sie nicht anreißen können Als Ja Die Schaden So absorbiert Weil wir können uns so schnell wieder heilen So So Richtig Schlecht Ich habe es wieder in einem texanischen Spelling Kurs Arbing Beep True Einfach No Beep Stew No Beep Ey Weg da Oh Ein Schatzgoblin Nein 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 Ich komme nicht durch Er ist eh zu stark Wir haben ja manchmal wirklich zu viel Leben Nicht genug Zorn Nein Okay Jetzt können wir die Hilfe vergessen Okay Ich glaube jetzt ist er ganz weg Komm hier Wer will uns einkesseln Ja Jetzt ist Jetzt ist los Nein Nein No Oh wir haben aber dafür den Äh Den richtigen Ort gefunden Ja wir haben jetzt eigentlich einen Kreis Haben wir gemacht Dammit Es gibt eine Dimension Also es kann passieren Dass so ein Schatzgoblin So ein Portal öffnet Wo wir dann auch reingehen können Und dann kommt man in die Ja Heimatdimension von diesen Goblins Und das ist absolut die größte Schatzcover Die man sich so vorstellen kann Einfach überall diese Goblins Und vor allem nicht nur die normalen Sondern eben Äh Manche die Edelsteine droppen Manche die Rüstungssachen droppen Und dann noch anderes Zeug Es gibt dann später noch eine andere Währung Und von denen gibt es dann auch Goblins Also wirklich Die Welt ist einfach Absolut neu Vielleicht sehen wir sie ja Hier in diesem Playfield Kann ja gut passieren Die müssen einfach Schatzproblems besiegen können Aber Ich habe jetzt gerade noch nicht so gut ausgesehen Weg mit dir So ich gehe noch schnell hier schauen Ja man zu gut So Er war einfach auch nur noch Money Oh dammit Äh Dann gehen wir aber Als erstes hier noch hin Wir müssen Wir müssen halt jetzt ein bisschen Erfahrungspunkte noch sammeln Dann sind halt auch die Bossgegner Nicht so Extrem Extrem schwierig Ähm Das könnte gut Versackgasse sein hier Gar nichts Wow Nicht mal Gegner All right Jetzt hört man irgendwelche Gegner Ah Na egal Komm wir gehen weiter Jetzt noch mal zurücklaufen Ich weiß ja nicht Elendes Gesindel Zurück mit euch Zurück Erlebt Ich stürzt es nicht an Der Skelettkönig Die Marsch des gefallenen Sterns hat mich erweckt Und schon bald werden alle leiden so wie ich gelitten habe Warum bringt mir seine Knochen Was Nein Cain No Okay let's go Okay Gehen wir hin Die greifen uns ja eh ins So Gut Oh dammit Zurück in eure Gräber Wow Oh Er meint es ernst Leute So Weg mit dir Oh es kommt Oh war ja Obvious Oh Okay Kopfspalter Let's go Das hätte ich jetzt nicht erwartet Ich habe jetzt einfach erwartet dass es weitergeht Okay dann lade ich halt schnell den kontrol danach Oh man Hey das war alles übelst gutes timing So schlecht Ich glaube auch wenn es gerade so eine Pause macht dann drehe ich mir auch schon noch schnell eine Zige Oh man typisch so ungewollte Pause Ich frage mich wieviel level dass wir erreichen werden weil mit mit dem mönch damals haben wir level 70 erreicht Und wir haben ja das spiel einfach einmal durchgezockt Und mit dem hexen doktor habe ich irgendwie mehrfach bin irgendwie 64 ich glaube das ist wahrscheinlich wegen der schwierigkeit es muss wahrscheinlich wegen dem sein weil die schwierigkeit ändert dann auch die erfahrungspunkte also wieviel Jetzt hört man auch die Playstation richtig schlimm also man hat sie sicher vorhin auch schon gehört und ganz am anfang Aber jetzt hört man wieder die Belüftung übelst Das war ja auch schon bei No Man's Sky so Ja okay bei No Man's Sky war es schlimmer Da war es ja wirklich Staubsauger mäßig Aber man hört es trotzdem Also ich weiß nicht ob man es hört aber man muss es eigentlich hören So Let's go Okay alles wieder angeschlossen Oh shit Ja es macht ein bisschen Schaden Aber nicht Demenz Ja es macht ein bisschen Schaden So schlecht einfach Ja okay gilt eigentlich Das ist ja fast schon dead Okay Und Hint fort mit dir Boom So Oh Okay wir haben eine bessere Kapuze bekommen Ist hier irgendwas besser Nope Ah okay Eine Abendschiene haben wir einfach eine normale Dank Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert Eure Lichter hat mich gebeten euch zu suchen Und ich habe eingewilligt Oh es ist wundervoll zu hören dass Lea wohl auf ist Ich hatte das Schlimmste befürchtet Ich habe durch alte Karten die ich einst fand Von diesem geheimen Durchgang erfahren Und er ist weg Okay Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen Folgt mir nach Tristram Okay Okay Hat sie noch was Jetzt habe ich die letzten Tage die ganze Zeit gefragt Hat sie noch Schätze Hat sie irgendwo noch Schätze Und jetzt ist es einfach weggefallen Ich hatte jetzt wirklich die ganze Zeit Ich hatte gestern eigentlich vor Augen gehabt Jau Nächster Tag machen wir Uncharted 4 Nein Nichts da Okay was kommt jetzt Nachdem ich den alten Gelehrten gerettet hatte Erfuhr ich von ihm Dass der sogenannte Skelettkönig Zwischen mir und dem Stern steht Doch nicht mehr lange Er muss weg Der Skelettkönig Kämpf Lea Onkel Du lebst Dank dir und deiner Freundin hier Es war meine Pflicht zu helfen Du würde ich gar nicht mehr über den gefallenen Stern erfahren Das klingt jetzt sehr komisch Die Bezeichnung der Endzeit Deutet es mit Gewissheit als Zeichen Dass das Ende begonnen hat Bitte Onkel Keine deiner Geschichten mehr Es zählt im Moment nur Dass du zurück bist True So Wir haben Handschuhe bekommen Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher Leoric Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben Er hat seine beiden Söhne verloren Und auch seine Seele selbst Bevor er endlich besiegt wurde Nun scheint es als wäre er auferstanden Um dieses Land erneut einzusuchen Oh no Dann werde ich dem ein Ende setzen Genau Der Schlüssel ihn zu besiegen ist seine alte Krone Sucht unseren Schmied Hedrick auf Er weiß wo sie zu finden ist Hedrick Warte er ist nicht mehr da Okay wir können jetzt hier durchgehen Ich habe ein paar neue Waren Die du musst mir aber versprechen Dass egal was ich dir verkaufe Du sehr gut darauf aufpassen wirst Ja Okay einmal das hier Oh Das hier Ich kaufe das hier Gekauft Zum Glück haben wir so viel Money Ich glaube es ist ja wir nimmt das auch mit Schild Oh Jetzt einfach zu untast Und hier Nehmen wir es uns auch das Habe ich auch bei Schwert wirklich alles Ah es hätte hier noch was Na egal Ähm Wie man schnell bewegen kann Ui Oh man So Das ist schon ausgerüst Dammit Ich will ja mal Kreis drücken Aber dann geht man aus dem Menü raus So Haben wir alles Ah vielleicht soll ich verkaufen Hä Hatte das vorhin nicht andere Stats Wahrscheinlich schon aber Da habe ich mich wahrscheinlich verguckt Weg damit So Gut Okay Okay So Gespräch Was haben wir hier Ah Oh Yo Chelsa Wie nett von euch zu fragen Meine Leute sind Nomaden Die wir ziehen Wir sind immer auf Reisen Und suchen das Land In dem wir uns womöglich niederlassen Ein jeder von uns hat den wahren Blick Doch nur bei wenigen ist er so scharf wie der meine Männer begehrten mich schon immer wegen meiner Visionen müsst ihr wissen Nun ja Vielleicht nicht nur deswegen Aber jeder will wissen was die Zukunft für ihn bereithält Meine Zukunft kenne ich bereits Durch die Weltreisen und den Glauben der Zacker Ruhm wiederherstellen Als ein Kreuzritter leben und so sterben Das ist keine Zukunft sondern eine Strafe Ihr solltet euch Zeit nehmen die schönen Dinge des Lebens zu nüßen Und vielleicht Ausschau nach einem guten Mann halten Ja Das Wesen der Welt Erneuert sich selbst fortwährend Und dieselben Ereignisse spielen sich immer wieder ab Uns bleibt nichts anderes als unsere Rolle zu spielen Je mehr ihr sprecht desto weniger sagt ihr Ich spreche in deutlichen Worten Gebt mir nicht die Schuld an eurem Geisteszustand Was sie für Probleme haben Jetzt kann man hier Man kann verzaubern bei ihr Oh damn okay ich habe sehr viele Materialien Also wir könnten eigentlich schon jetzt Verzauberung draufpacken Aber bei normalen Sachen Ist das eigentlich unnötig Wir können auch das Aussehen verändern Wir können so eine Waffe da raus machen Ich glaube ich habe alle legendären die ich mal besessen habe Sind gespeichert Oh sogar die Für 50.000 Kann man irgendwie das Schwert ein bisschen besser aussehen lassen Und genauso die Rüstung auch Und auch Färben natürlich Also hier habe ich sicher legendäres Zeug Ich glaube ich könnte sogar Habe ich überall das gleiche Set Oh Ich hätte überall das gleiche Set Ich weiß ja 50.000 jetzt Es sieht episch aus Aber jetzt bringt es noch gar nichts Wir machen das gegen Ende Also wenn wir ein paar legendäres Sachen haben Oder so Zeug Gut Man muss ja auch durch das Spiel ein bisschen schäbig aussehen Dass am Schluss auch das epische dann besser zur Geltung kommt Oh mein Gott Oh mein Gott Folgt mir Ihr glaubt wohl so eine Art Heldin zu sein Hier um uns alle zu retten Die Toten werden eure Knochen genauso leicht verputzen wie unsere Danke wie nett von dir Alle Leute sind so positiv heute Äh was haben wir hier Wer bist du? Verzeiht Doch die Fähre nach Wortham steht still Wir können bei all diesen Ereignissen niemanden übersetzen Es ist zu unsicher Okay Die Flügel sind so strange aus mit dem riesigen Schild auf dem Rücken Ich glaube ich packe die Flügel weg So Und hier kann man dann Diamanten Oh mein Gott Ah ein ausgesprochen interessantes Thema Ich verkaufe Juwelen Und was ist daran so interessant? Hm Naja Jeder ist doch an Juwelen interessiert Die Leute lieben sie Sie sind nützlich Aber ich liebe sie nicht Ich meinte das kultivierte Leute sie lieben Alle dissen einfach Ihr seid sehr mutig die Stadttore hinter euch zu lassen Ich habe gehört da draußen lauern alle möglichen gefährlichen Wesen True Okay der Charakter ist sehr überzeugt von sich selbst Holy moly einfach Der Mönch hatte immer einen guten Spruch auf Lager gehabt Dieser Deckard Cain gefällt mir Es kommt nicht oft vor Dass ich jemandem begegne Mit dem ich so viel gemein habe Ihr zwei erscheint mir nicht besonders ähnlich Wir hatten beide in unserer Jugend Sehr interessante Erlebnisse Mit den Priesterinnen von Zuckerbrun What? What? Was ist hier? Nichts anderes auf der Welt ist so perfekt wie Juwelen Ihre Farbe, Größe, Form Und Transparenz Er ist ein richtiger Fanboy von Juwelen Transparenz? Oh ja? Wenn sie auch noch essbar wären Bräuchte ich nichts anderes im Leben Nicht dass sie es nicht wären Ich habe gehört manche Leute streuen sich sogar Zerriegene Kristalle auf ihr Essen Okay Ja eben hier kann man dann die ganzen Rubine, Diamanten Äh Safire Nein, Safire hat es gar nicht Ja eben Topaz ist Maragd und Amethyst hat es noch Kann man alle hier veredeln Kombinieren miteinander Dann in Sockeln reinpacken Von den verschiedenen Waffenausrüstungen und so Ah, ich glaube ich muss sie gar nicht mehr ausbilden Erzähl es niemandem Aber ich habe ein paar Nullen klar Natürlich mach ich auch mal Hast du auch ein Händler? Loft Die Ersparnisse kommen dir zu gut Ring Geiler Name für den Ring Ja es ist halt auch ein paar mal ein bisschen Auszeit nehmen Schnell ein bisschen ausrüsten Dass man halt immer auf einem guten Stand ist So Okay Warte mal schnell verkaufen hier Genau Und hier So gut Jetzt haben wir alles So Sonst noch irgendjemand Wegen was Dieses Tor ist auf Befehl des Hauptmanns verschlossen Jo beruhig dich ey Ich hab dich gar nicht mal angeklickt Und schon sagte das Okay hier rein Äh Hallo Oh shit Wir haben schon die Party angefangen ohne uns Meine Freunde Es tut mir leid Tut eure Pflicht schnitt Auch wenn es euch schwerfällt Sie sind alle böse Böses Ja wir machen nicht Nicht so krass Schaden Ich freu mich auf den besseren Stuff Und hier ist Die Frau Bitte vergib mir Nein Hedrick Es ist so einer Äh Mira Mira Emom geworden Okay Ey yo Blackjack Moin Das geht Geht's dir gut Äh okay Die bekommt schon Bekommt schon mehr Schaden Als die anderen Legendäten Gegnern Ich glaube wir bekommen bei ihr sogar Ein Level Up Wow Alter So ist Da ist halt Heck mit dir So wollen haben wir mehr Schaden gemacht Nein Sie verlangsamt uns auch immer Aber vielleicht wegen dem So Wir haben noch Wurfschließt bekommen Und Tage Tage Okay Oh wir haben Oh jetzt bekommen wir langsam die Fertigkeiten Ja klar und selber Äh Auch Spiels Kampagne Ähm Mir geht's auch gut Freut mich Ähm Ja Ich spiele einfach normal die Kampagne durch Ich wollte eigentlich heute Uncharted 4 zocken Aber meine Playsee ist irgendwie Defekt Sie kann keine CDs mehr lesen Also keine Ahnung was mit dem Laufwerk ist Ähm Und das hat alles ein bisschen geändert Also der ganze Plan Sie wollte ja eigentlich die ganze Uncharted 3 durchzocken Das ging jetzt eigentlich bis bis zum dritten Teil Und das vierte Spiel habe ich halt nur auf CD und das ist so dumm einfach Ohne euch hätte ich es nicht geschafft Ich stehe in eurer Schuld Mein Name ist Hedrick Imon Okay Ihr schuldet mir nichts Aber ich würde eure Hilfe auf meiner Suche nach Leoricks Krone begrüßen Da kann ich euch weiterhelfen Sie wurde mit in das Grab seiner Kasslass gelegt Es ist so eine Dampfvaters Dampelsituation Einfach aus dem Nicht Ich glaube auch Also ich habe jetzt in letzter Zeit viel Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht Der war noch schnell, dass Hedrick In die Stadt kommen soll Ist gut Hedrick, bist du fertig? Ja ich habe ja auch in letzter Zeit sehr viel Ja digital gezockt Also mehr Spiele die ich vom Store runtergeladen habe Und irgendwie vor zwei, drei Monaten habe ich zuletzt eine CD verwendet Und da hat noch alles funktioniert Das ist einfach so willkürlich wie da aus dem Nichts Ja funktioniert einfach nicht Ja beste Technik einfach Also jetzt weiß ich mit Sicherheit Wenn ich die Playstation 5 kaufe Dann ist es mit Sicherheit ohne Laufwerk Weil das Laufwerk ist mir jetzt schon zweimal kaputt gegangen Ich habe ja vor dieser Playstation 4 Pro Hatte ich eine normale Playstation 4 Hab die damals zu diesen Zeiten als sie rauskam gekauft Und die ging mir auch so kaputt Plötzlich ging einfach keine CD mehr zum Lesen Und jetzt habe ich einfach genau das gleiche Problem Das ist so dumm Einfach ist also eben von als passiert ist Und als ich es realisiert habe Dass es nicht funktioniert Oh der mit Zock Ähm Bin ich einfach vor Also saß ich so vor dem Fernseher Und habe einfach so in die Lehre gestarrt Weil ich Ich fasste es einfach nicht So am Noway einfach Oh nein Geister Oh wir haben Wir haben Dreieck irgendwie noch Oh stimmt Ich sollte mal die Fähigkeiten anschauen Das haben wir doch irgendwie Verspotte alle Gegner in der Nähe Und erzeige sofort zusätzlich 5 Zorn Für jeden verspotteten Gegner Verspottete Gegner konzentrieren sich 4 Sekunden lang auf euch Wow Wow einfach Ich fühle es nicht gut Also bei mir klappt noch alles Aber aus diesem Grund nur noch alles aus dem Store Ja Ja voll Und äh Externe Platte Kreuzrister Äh Es ist mega Ah ist gut Hast Kreuzritter schon 4 gezockt Weil das ist Der einzigste Charakter Den ich eigentlich noch nie so richtig gezockt habe Ich habe eigentlich alle auf Level 70 Bis auf Den Hexen Doktor Den habe ich auf Level 64 Und halt den Kreuzritter Den hatte ich irgendwie 12 16 Irgendwas so Aber es ist gut Wenn du das schon schreibst Dann bin ich schon mal froh Weil ich dachte ja Wenn der dann Endgame Oder halt gegen Ende nicht so stark wird Ist dann auch Ist dann übelst scheiße Aber man Und halt Wing Wing aus dem Store Es ist halt schon viel praktischer Es ist so viel praktischer Erstens Im Store gibt es Rabatte Vor allem Playstation Plus Zeug Und dann hat man es überall Also wenn man sich irgendwo anders wo Auf der Playstation anmeldet Bei einem Kollegen Kann man sich schnell das Spiel runterladen Und halt zocken dort Das ist übelst praktisch Ich spiele den auf der Saison mit dem Auf Paragon 450 oder 500 Oha Damn Also ich war immer ein bisschen Den Hexen Äh was glaube ich Den Dämonenjäger Also den hatte ich immer als Manger Ähm Na wir lassen das Oder habe ich irgendwas bekommen Was ich hier verpasst habe Tatsächlich Hier diese Fähigkeit Der Angriff wird In reine Blitzenergie umgewandelt Und hatte eine Chance Von 50% Gegner für 2 Sekunden Zu betäuben Das haben wir hier Wenn ihr einen Angriff blockt Während gestellte Sinn aktiv ist Geht ihr vor Wut in Flammen auf Wodurch Gegner im Umkreis Von 15 Metern 75% Waffenschaden Als Feuerschaden erleiden Das klingt aber auch gar nicht so schlecht Ja ich teste jetzt schnell aus Ah ich glaube ich mache es mal mit einer anderen Fähigkeit zusammenzocken Keine Ahnung Zur Zeit 4 PS 255 Milliarden am Crit Oh mein Gott Oh mein Gott Ja ich habe früher auch einen Kollegen gehabt Äh der Diablo Damals auch ähm Zu PC Zeiten gezockt hat Also als es noch nicht auf Placen draußen war Und er hat auch übelst Ranglistenmäßig mitgezockt Ist schon krank was man sich hier so Für Strategien oder halt Buister Sachen überlegen kann Mit Hilfe von den verschiedenen Ausrüstungen Noch nicht bereit So ganz ehrlich Ich muss sagen Bis jetzt ist Die Attacke nicht Gerade so Come on Also mit der Steuerung komme ich noch gar nicht Klopfen Klopfen Qualität Bis 15 Spiel Oha 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 Schwierigkeitsstufen Fall erwähnt ich habe eben auch mit kollegen für die gezockt wenn man dann eben so qualifizierten kann und alle machen die üblichsten damit ist es so fahren die bahnfahrt vor allem mit diesen fahrern mit vorn und keine ahnung das noch mal die ich hab's auch schon eine weile nicht mehr gezockt mit diesen portalen konnte man ja auch immer so verschiedene die biete machen so manchmal brauchen sie schon ein bisschen aber versucht mal per ex das ist noch mal eine andere hausnummer habe ich auch schon gehört das ist auch so bisschen gab es sich ich gehe jetzt bauen alle zu lange einfach so fangen wir an ein bisschen zu erkunden da gehen wir mal im rand entlang kommt das geht noch mal höher als als qual und 16 war also vom schwierigkeitsempfinden halt also ich muss sagen das schock finde ich gar nicht mal so schlecht ich bin einfach froh dass ich wirklich paar spiele digital hatte die ich hier eh noch zocken wollte aber eben höchstwahrscheinlich werden wir dann vielleicht wieder zu xenoblades zurückkehren ich habe ja gesagt damals dass es dann auch nicht mehr funktioniert hatte leider nicht mehr funktioniert hatte habe habe ich ja gesagt irgendwann werden wir zurückkommen weil ich will das spiel einfach noch abschließen also auch wenn es nicht wieder drei monate kosten wird für diese sache weil letztes mal letztes mal als wir xenoblade gezockt haben es hat einfach drei monate gedauert und dann ist es nicht mal fertig geworden das ist eh noch das dümmste dazu nur weil sie die richtlinien gendert haben in den agb ist bin so enttäuscht bis heute dadurch bin ich manchmal wirklich ein bisschen ehrgeizig ich will das unbedingt einfach schaffen irgendwann in meinem leben noch in diesem leben erfahrung 25 erhöht weg mit euch das gleiche habe ich eben auch mit zelda breath of the wild gedacht ich wollte das einfach unbedingt noch wirklich im großen und ganzen abschließen wir haben es ja wirklich 100 prozent abgeschossen bis zu kleinigkeiten die ja okay okay die croc sagen wir sind dann halt schon eine hausnummer mehr ist nicht zu vergleichen die zwei spiele bei per perfect sei sehr komplex ist und die diablo 3 ist halt alles durch die selbst vorgegeben okay aber dann kann man dort also dann kommt dort keine selbst vor nämlich jetzt an dann kann man mehr kombinieren miteinander weil hier ist ja dann wirklich endgames ist dass man die selbst ja holen muss fahren muss noch nicht bereit aber ich habe noch kein level ab ich dachte schon her welches level habt ihr gefühlt noch so noch nicht geht eigentlich mit diesem spiel hier also mit diablo 3 damals bei mir ist das dream angefangen ich habe einfach ein schatzverfahren gedacht ja ich sollte mal wieder durch und habe das dann ja gestreamt und habe ich so fand gemacht dass ich einfach weiter gestreamt habe ihr könnt eine zweihand waffe in eurer waffen hand führen während ihr gleichzeitig ein schild in eurer nebenhand tragt tragt wir können keine zwei macht sinn macht sinn reduziert allen verursachten schaden um 20 prozent erhöht eure angriffsgeschwindigkeit um 15 prozent und reduziert alle abklingzeiten um 15 prozent wenn wenn ihr eine einhandwaffe verwendet ja ich glaube wir nehmen das passt am besten glaube ich jetzt genau perfekte ist viel matte und viel zu vergleichen welche welche rüstung du brauchst für dein char ja ok also wenn man dann wirklich ins detail gehen will endgame mäßig ja ok das dann für die leute die das halt wirklich gerne machen ich kenne auch so kollegen die sich immer verschiedene strategien ausgedacht haben und dann wieder irgendwie paar stunden daran gesessen sind und ausprobiert haben wegen dem das könnte wirklich doch gut sein dass und das ich frage mal dann in die runde ob das paar von meinen kollegen auch kennen diablo ist auch mega habe es vor zwei wochen gespielt ah nice ja macht sind zwei hand ja aber also hast zwei hand drin also jetzt ich hätte jetzt ein hand er genommen halt wegen schild und also ja schild bleibt ja so oder so weil es reduziert dann 20 prozent vom angriff ja ok ja wir können mal ausprobieren also ich probiere jetzt mal ein hand und je nachdem wenn es nicht krass krass stärker macht und so ist halt gut das ist jetzt ein hand auf so automatisch ohne dass es ja passen schlechten effekt dazu hat dass es einfach verbessert wird ey komm hier nein nein immer genau dann wir werden ja auch noch gar keine zweihand wasche können wir später dann immer noch gut auswechseln please geh nicht weg oh ja der der land also ich glaube es kommt jetzt noch zwei dreimal und dann ist er weg ja ok es ist nicht mal zwei dreimal das ist schon jetzt noch nicht bereit nein nein das ist einfach immer noch zu schlecht du bist je nach set auf zwei hand gehen müssen ja blackjack ich werde es nur einmal durchspielen ich werde nicht den paragon gehen und da so endgame mäßig das wird nur casual play food wegen dem aber jedenfalls dank für die tipp so weg mit dir von gepräsiger toter der heißen ja gar nicht der heißen ja gar nicht mutter oder irgendwas so das hat jetzt auch ganz andere namen gab weg mit euch sehr gut haben wir hier noch was tatsächlich noch ein bisschen gegner so alle weg einfach für das dass ich das schild am anfang nicht so also diese attacke mit r2 nicht so gefeiert habe muss ich sagen macht trotzdem ordentlich damage ich habe auch die elektro attacke damn nice und spawnen einfach neue ich bin eigentlich voll wieder an den anfang gelaufen jetzt bleibst du hier sehr gut dann kommen sie aus besser wieder hehehe hehehe so heilung brauchen wir gerade nicht das ist mein hinterhalt oh mein gott oh nice oh wir haben ein breitschwert das können wir jetzt eigentlich schon das klingt nach eine zweihandwaffe ein breitschwert können wir es eigentlich können wir es eigentlich gerade austesten ist ein breitschwert ja es ist ein breitschwert aber ist eine zweihandwaffe hehehe 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 damn it einfach ok es ist nur ein hunter haben wir sonst irgendwo noch haben wir sonst irgendwo noch hm ja geht oder die rüstung ja ok von der rüstung her ist aber besser weg weg jo ok wir machen die übelsten damage plötzlich nice jo ok jetzt das perfekte ist langsam an schneller zu werden weil irgendwann können wir durch die leute durch raschen ohne probleme gibt es eigentlich irgendwie so eine schnelligkeit äh aktion weil beim dämonenjäger weiß ich noch man konnte irgendwie dreieck drücken und dann hat man irgendwie so einen schnellen lauf angefangen zu machen aber ich weiß nicht ob das der kreuzritter auf hat das wäre irgendwie nice der mönch hatte auch sowas der konnte ja sogar teleportieren irgendwie also wenn man jetzt irgendwie von weiten ist okay es muss ich musste schon in der nähe sein wenn man einfach eine schlucht dazwischen hatte und hinten dran weg war konnte man rüber jumpen sozusagen das war noch praktisch so weg damit was von der einfach alle gräber kaputt das ist ein übelst riesiges feld wir gehen dann halt noch in der mitte ein bisschen durch halt einfach aus dem grund dass wir noch ein bisschen erfahrung sammeln da gehen wir hier wir können ja eigentlich auch den anderen rand gerade abgehen so schon ein krasser unterschied weg mit euch weg mit euch ihr untoten ja ja wie viele wollen noch spawnen ist jetzt gut und und auch weg mit dir so durch die rolle ist einfach der graf steigen kaputt gegangen genau dann sind auch wieder mehr von diesen zombies gespawlen ja egal ich gehe mal weiter hier sieht es wieder nach rand aus noch nicht ich glaube wir haben doppelt zwei schaden aufgehoben da kommt man auch noch hin da kommt man auch noch hin get down nein falsche seite aber aber diese blend attacke die macht auch zeug kaputt obwohl es eigentlich nur ein lichtstrahl ist oh make sense ach komm wir haben ein bisschen geschwindigkeitsbonus das ist nichts wichtiges gut es wird am gegenende wirklich satisfying wenn so eine riesenmasse an gegnern kommt und man kann einfach alle wirklich sehr schnell weg machen so wir haben ja jetzt schon fast ein bisschen one shot mäßiges also ich habe wirklich schon jetzt ein gutes Gefühl erstens weil blackjack schon gesagt hat wegen äh holzlitter ist super und halte auch jetzt schon der äh der antritt ist gar nicht mal so schlecht die ganzen bedecken einfach alle weg flammender schwung wow das ist dann niederstrecken haben wir noch bekommen wir können ja hier mal austesten getroffene gegner gehen in flammen auf und erleiden im verlauf von 2 sekunden 120 prozent waffenschaden ok das andere ist dann ach hat es hier streckt gegner in bis zu 30 metern entfernung mit heiligen ketten nieder die 175 prozent waffenschaden als heilig schaden verursachen die ketten teilen sich auf und springen auf bis zu 3 zusätzliche gegner im umkreis von 20 metern über denen sie 150 prozent waffenschaden als heilig schaden zufügen what das klingt schon mal sehr gut wir haben hier halt einfach keine fähigkeit die man hinzufügen kann aber hier ist noch das ja ok das ist einfach eine feuerversion ich laufe wieder zurück sorry mein Fehler vielleicht hat sie ja noch ein legendärer gegner sonst was interessantes wenn das nicht schlecht es ist so rüber geht zu den meisten gegnern ist übelst es sieht aus wie eine fernkampf angriff oh gott ja wirklich what ok das hätte ich nicht erwartet ich dachte jetzt die ganze zeit dass dieser charakter nur nahkampf ist aber anscheinend müssen wir jetzt nicht mal in die nähe von dem gegner selbst what ok ok oh oh so kann man eben dann noch die kleineren gegnern äh besiegen während dem dass man gegen den legendären gegnern vorgeht oder halt gegen den stärkeren so yo ok das die ist ok what so so wir haben hier noch ein gebild und dann sind wir froh ok ok das gefällt mir wirklich sehr sehr gut so hier ist noch was ah nein das ist einfach wow es hat wirklich noch ok ich hätte nicht erwartet jetzt noch 4 an dann in diesem kleinen Eckpunkt was zu finden da eine ist nicht gerade irgendwie gehalten was wer soll noch nicht oh oh mein gott ok wir haben eine neue lederkapuze bekommen die ist ein bisschen stärker sonst das sind die schuhe die wir vorhin abgelegt haben ok gut wir haben alles ja dann können wir endlich äh in die gruft gehen ich glaube es ist in die gruft wir müssen ja irgendwie die krone jetzt äh wieder beschaffen oh damn ey wir haben schon halb was wir haben schon halb sieben was jo eigentlich gehe ich ja immer um so sechs uhr gehe ich gehe ich in die pause what ok ey das ist ja übel schnell wo ist die zeit hin also gehen wir schnell äh noch dorthin machen ein gebiet und dann gehe ich mal in die pause dammit ich hätte mehr auf die zeit schauen sollen was hat irgendwie gerade nicht funktioniert der angriff es gibt hier verschiedene eingänge je nachdem einer muss der richtige sein oh oh noch nicht bereit ok die hatten schon ein bisschen mehr aus hehehe burn oh du im namen des lichts seid verdammt ja weg damit ist das die richtige gruft ich glaube das ist nicht die nicht die richtige aber zwar die irgendwie eine größere ich dachte das wäre nur so dieser Teil dann habe ich natürlich keine Ahnung weg weg hehehe kobolde sorry guys da kommt der ernster hehehe oh und aus dem kommen Scheusale raus what ja man level 12 gesegneter hammer habe ich jetzt schon den richtigen weg gefunden oh hier haben wir geblendete gegner aber ich hätte schon den richtigen weg gefunden allein vier sekunden lang 20 prozent mehr schaden ja genau so was wollte ich weil eben beim dämonenjäger hatte man auch was kann man kann man kann man von überall aus jede sache einstellen wie man will ja das wusste ich noch das wusste ich noch hä okay wir probieren mal den anderen Angriff aus beschwört einen gesegneten Hammer der euch umwirbelt und jeden getroffenen Gegner hat 320 waffen schaden als heilig schaden zufügt ja aber trifft jetzt nicht extrem gut ich glaube wir lassen das nochmal aber da kann man ja mehrere Angriffe auf einmal wenn man ja x also die primären attacken hat da kann man auf dreieck könnte man das jetzt auch drauf packen geht es wirklich hä konnte man das schon früher machen weil das ich könnte mich vor allem 0 daran erinnern ja ich sehe Gott gehen wir weiter ja wir haben wir haben aus Versehen äh das richtige Gebiet ausgewählt okay oh nein genau so blenden und ja okay 20% mehr schaden man sieht aber ja okay so ich habe Noch nicht bereit. Komm schon. Nein, der ist... Mein Zorn ist aufgebraucht gewesen. Sehr gut. Grabstätte des Kanzlers. Okay, das hat ausgesehen wie... What? Und es ist ein Hand? Ah nein, es ist zwei Hand. Hier wäre jetzt die Fähigkeit gut. Ich probiere mal. Und jetzt haben wir trotzdem ein Schild. Ja, es geht. Okay, probieren wir mal. Es dauert ein bisschen länger. Aber die Waffe wäre halt gut. Die Frage ist jetzt... Ah, das ist... Ist einfach genau die gleiche Waffe nochmal. Ähm... Wir haben vorhin das Breitschwert gehabt. Und ich glaube den Effekt dazu... Also wir können es jetzt nochmal... Jetzt kommen sicher keine Gegner mehr. Ah nein, der Angriff war schon stärker. Ja, okay, okay. Wir gehen wieder zurück. Es hat jetzt gerade so kurze Zeit ausgesehen. Okay, let's go. Let's go. Noch nicht. So. Ja, nice. Nein. Ich werde nicht erlauben, dass wir dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslassen. Ja. 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 Er will unsere Seele essen. Ja. Genau. So. Auf ihn. Hier hinten geht es ja noch weiter. Nice. Wir haben Hellhose bekommen. Und noch... einen Flockschleuder. Wow. Wieder eine Waffe, die wir nicht gebrauchen können. Yay. Ist immer gut. Wir müssen die Krone mitnehmen. Das Schwert... Das Schwert sieht aber wirklich irgendwie aus. So. Ah, wir können jetzt teleportieren. Geil. Ich schaue aber trotzdem noch schnell hier nach. Ja, jetzt können wir rechts... Rechte Pfeiltaste drücken. Können wir immer zurückgehen. Und dann können wir auch wieder... Ja, dort... Es ist einfach so wie ein Zwischenstopper. Okay, reden wir noch... Ihr habt die Krone gefunden. Ja. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Okay. Okay. Es ist schön, wieder zu arbeiten. Bitte. Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Okay. Ich habe genug vom Schaufeln schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Dann schließt euch meinem Kreuzzug an. Es ist ein hartes Brot. Die Belohnungen sind rar gesät und wahrscheinlich werdet ihr dabei sterben. Äh... Nun, das klingt recht bedeutsam. Und abschreckend. Eher abschreckend, oder? Okay, wir haben eine Doppelachse bekommen. Gut, Leute, dann mache ich schnell hier einen Stopper. Dann machen wir gleich weiter hier auf dieser Reise mit unserem Kreuzritter. Kreuzritterinnen, natürlich. Leute, ich bin für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde weg. Halt eben, schnell Pause. Und dann machen wir wieder weiter. Ganz einfach. Für alle, die später nicht mehr dabei sind, vielen Dank fürs dabei sein. Vielen Dank für den Support, natürlich. Schätze ich wirklich sehr. Für alle, eben, Blackjack und Nico Dralo, die vorbeigekommen sind. Schätze ich wirklich sehr. Ähm... Falls ihr später nicht mehr dabei seid, äh... Wünsche ich natürlich allen auch noch einen schönen restlichen Tag. Abend, morgen. Je nachdem, ja, okay, die YouTube, äh... Verabschiedung muss ich jetzt nicht machen. Ähm... Ja. Bis später, Leute. Bis gleich. Bye-bye. Ey, manchmal meine, äh... Meine Farbschließungen sind wirklich schlecht. Gut, Leute. Bis gleich. Bye-bye. Ich bin wieder. Ich bin wieder back, Leute. was für eine uhrzeit gerade 1919 sehr gutes timing ihr seht mich glaube ich noch nicht ich habe auch noch nicht bildschirm ich weiß nicht ob ihr irgendwas gehört habt von der musik wir waren von hier stehen geblieben wir machen hier weiter endlich damit könnt ihr die versiegelte tür in dem raum nicht gerettet habt öffnen und die königlichen krypten betreten wenn ihr den skelettkönig gefunden habt setzt ihm die krone auf das haupt und zerstört ihn wenn es mir dazu dient den gefallenen stern zu finden werde ich mich ihm stellen wieder zur kathedrale jetzt sind wir bei bei der kathedrale die wir heute zu beginn gemacht haben ja hier beim geheim versteck und dann hier durch in seine gruft stimmt ok sehe gerade mein handy hat anzeige gemacht wegen dass kein akku mehr hat ein bisschen schlecht vorbereitet wie es aussieht so ja wir müssen die karte kathedrale ein bisschen abgehen untersuchen nichts spezielles hier verrostete versteinete stand das sind alle ein bisschen stärker geworden hier ah der macht diese der zeit ist noch nicht gekommen äh plötzlich kommt ok es ist plötzlich irgendein gegnertyp gekommen so mein name ist lachdanan und ich bin verflucht ich war einst der hauptmann von könig leoricks armee lebte nur für mein land und meinen könig niemand liebte seinen könig mehr als ich selbst dann noch als ich meine klinge in sein dunkles verdorbenes herz stieß ok oh fast haben wir level ab hier ist sehr gut weiter gehts aufgehen eine Axt dort hinten sehr gut unbetrabener Kavallerie schwingt euch auf den Rücken eines himmlischen Streitrosses sodass ihr zwei Sekunden lang ungehindert durch Gegner hindurch reiten könnt was es ist schon so eine Fähigkeit wo ich vorhin erwähnt habe und hier erhöht die Lebensregeneration um neun reduziert jeglichen erlittenen nicht physischen Schaden um 20 Prozent wir lassen das jetzt noch weil wir noch die Waffe haben aber ab Level 20 können wir dann zwei Fähigkeiten ja hinzufügen damn ok ja ok so kommen wir schon übelst schneller voran jo wie geil zu geil nur er fand dein König gehör der Charakter gefällt mir wirklich den so mit finsterer bösartiger Magie er redete ihm ein dass ein Angriff aus Westmark unmittelbar bevorstand aus Angst gegen den Erzbischof aufzubegehren stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu und schickten uns in den Tod und schickten uns in den Tod auf geht's ich darf nicht vergessen den Lichtschein einzusetzen weil dann bekommen die Gegner mehr Schaden jetzt kommen einfach zwei ja Okay, I know he's dead. So, easy going. Okay, oh, hier hat's ein Legitger. Okay. Noch nicht bereit. Oh, shit. Okay, der Elektro-Schaden, der hat's in sich. Noch nicht. Pure Geduld. So, schnell weg. Noch nicht bereit. Als ob, sind sie noch nicht down. Oh. Ey, wie praktisch gerade. Ich dachte, es würde nicht wieder zurückkommen. So, gegen den alleine kommen wir, klar. Die Abendriffsgeschwindigkeit ist halt ein bisschen der Nachteil. So. Ach, komm. Ja, nice. Sogar ein Helm bekommen, der genau gleich ist. What? Okay, hat nicht viel getan. Viel Geld hat. Wow. Wow. So, drauf. Drauf. Das ist so praktisch, aber schade, dauert's halt jetzt am Anfang noch ein bisschen, ja, lange. Leute, die haben uns einfach schon gesehen. Oh, oh, oh. Ich rate dann einfach weg. das ist für das ist schon praktisch als wir so für genau solche momente man kann sich dann aber trotzdem nicht die ganze zeit auf das verlassen hat wegen der abklingzeit doch das ist ja auch da und weg so ist das wirklich zu geil wieder ein skelett das Spiel war damals eben auch so geil, weil man das lokal, also auf einem Fernseher zusammen zu viert spielen konnte, also es konnten sehr wenige Spiele, es war immer so Gold wert, wenn man so ein Spiel gehabt hat, wo man dann irgendwie in der Runde zusammen zocken konnte. Seitdem das so Multiplayer-Spiele mehrheitlich am Start sind, ist das ein bisschen mehr die Vergessenheit geraten. Zum Glück, also bei THD war immer gut, dass wenn schon so einen lokalen Modus gegeben hat. Wir liefern hier schnell. Nur Geduld Null Nein Noch nicht bereit Die Tigi geht einfach nicht So Unions Pass What? Unions Pass Yo Dreamer, was geht? Eyo Harmon Welcome, welcome Mir gehts gut und selber Heute bisschen Umständen gehabt Ähm Wie soll ich sagen, ja äh Meine Playstation ist kaputt Beziehungsweise Das äh CD Laufwerk Kann keine CDs mehr erkennen Ich wollte ja heute eigentlich an Charted 4 zocken Hab dann äh Die CD reingelegt So eine Stunde bevor das Streaming begann Und Es hat die CD nicht lesen können Dann habe ich es irgendwie zehnmal versucht Es hat nicht funktioniert Dann habe ich noch andere CDs versucht Die haben auch nicht funktioniert Also ich kann jetzt kein Keine Spiele mehr Zocken Die ich so äh Äh Materiell besitze Ich kann nur digital Das ist so dumm So dumm einfach Danke auch gut Nice Nice Das ist immer gut zu hören Ähm Ähm Das hat jetzt ein bisschen Planänderungen Wegen dem spiele ich auch gerade Diablo 3 Das habe ich schon digital Ähm Ich hasse manchmal mein Leben wirklich Oh nein Ja Ey Also Man kann auch so gut planen wie man will Irgendwann kommt irgendwie Irgendwas Dazwischen und äh Macht alles kaputt Ich habe eben heute auch schon gesagt so Ich glaube ich bin mir ziemlich sicher Dass wir wahrscheinlich wieder Xenoblade irgendwann zocken werden Weil jetzt Es sind so viele Spiele die ich eigentlich geplant hätte Die zocken sind jetzt alle weggefallen Naruto wollte ich zocken Dieses äh Kampftecken Naruto mäßige Das fällt jetzt ganz weg Das ist so So Dump einfach Watch Dogs fällt weg Und noch andere Spiele die ich wiederholen wollte Und jetzt natürlich Uncharted 4 Das ist so dampf Es ist so dampf Oh Mann Aber egal ey Ist halt so Geil Also wo ich Wo ich realisiert habe das nicht funktioniert heute Bin ich einfach so vor meinem TV am Boden Also ich saß so vor dem TV einfach Ich hab einfach nur in die Leere gestartet Ich dachte mir richtig Das kann jetzt nicht dein Ernst sein Oh Mann Oh Mann Ebenwie wie gesagt Das ist halt jetzt so Ich hab mich gestern so gegen Ende Von dem Swing so gefreut Dass eben jetzt auch der vierte Teil kommt Natürlich So dumm So Es ist Es ist dumm einerseits aber so typisch Wann passiert schon sowas nicht? Wann passiert schon sowas nicht? Fuck Technisch Technisch Ja wirklich Oh shit Nein nichts geht zu Ende Boom Ich wollte auch eigentlich so Da so Diablo zocken Wegen dem Kampf Jetzt ein bisschen eher Also Ich hätte natürlich Jetzt noch das letzte Uncharted Aber ich sehe es jetzt irgendwie nicht ein Dieses Uncharted Jetzt plötzlich zu zocken So zwischen dem vier Also vierten Teil Wegen dem warten wir mit dem Bis ich den vierten Teil wieder zocken kann Ich werde mal schauen ob ich irgendwie putzen kann Die Playstation Weil ich habe irgendwie das Gefühl Wahrscheinlich viel bis verdreckt Und sonst äh ja Vielleicht Sparen für ne neue Oh man Es ist so dumm Weil ich Ich wollte ja eigentlich auch Ein bisschen Geld sparen für den Computer Und jetzt kommt sowas Es ist einfach Es ist einfach Es ist einfach Dreamer smiling But filled with rage Nein Es ist also schon rage Ich war wütend Ich war wirklich wütend von Also Als es nicht funktioniert hatte Aber ich war dann Nach dieser Wut War ich wirklich Einfach nur enttäuscht Weil Es ist ja Das habe ich ja auch schon Äh Gesagt Dass ähm Meine andere Playstation 4 Die ich damals hatte Auch so kaputt gegangen ist Und es passiert einfach Bei der Playstation Pro Genau den Den gleichen Mist Das ist einfach nur traurig Es ist so traurig Oh man Aber hey Das ist life Das 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 ist fucking life Oh man Oh man Oh man Ja Ja eben Es Also No joke Ich habe es heute auch schon gesagt Im Stream Aber Aber du warst ja Noch nicht da Ähm No joke Bei der Playstation 5 Wenn ich mir eine Playstation 5 kaufe Ich werde die No joke Niemals mit Laufwerk kaufen Ich werde ab sofort nur noch digital gehen Ohne Kack Ey Da ist es mir lieber einfach digital Das Zeug zu besitzen Als irgendwann das Laufwerk kaputt geht Und man nichts machen kann Als wir von unserer entsetzlichen Niederlage In der Westmark zurückkehrten Verlor mein geliebter König Die letzten Anzeichen der Vernunft Und es kostet ja sogar 100 Äh Und verschippte uns auf übelste Weise Als Verräter Unter großem Kummer Durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert Ich bin einfach nur enttäuscht Von Placing Es ist echt sad Bro Ja wirklich Weil Ich wollte eben auch Auch mit euch Äh Wieder Horizon Zero Dawn zocken Weil damals als ich das gezockt habe Waren weniger Leute am Start Und ich glaube das würden sich auch noch Manche interessieren Wegen der Geschichte und so Jetzt geht das gar nicht Ich hatte bei der letzten Playstation Spielte ich genau in Horizon Zero Dawn damals Und ich war so praktisch wie am Ende Hab Playstation ausgeschaltet Bin ins Bett gegangen Hab mich eigentlich wirklich gefreut Am nächsten Tag weiter zu zocken Ich mach die Playstation an Das konnte nicht gelesen werden Genau der gleiche Kack wie heute Also wirklich Es ist so So typisch jedes Mal Wenn ich mir irgendwie vornehme Das wieder in nächster Zeit zu zocken Oder halt Wie es dem letzten Mal war Äh Wo ich es gerade gezockt hab Gibt irgendwas mit der Playstation am Arsch Why Why Na also ganz ehrlich Leute Wenn wir jetzt hier ein bisschen dann die Spiele ausgehen Auf der Playstation Wenn wir vielleicht Playstation 3 Spiele wieder ein bisschen zocken Dann äh Steck ich die Elgato ein bisschen um Dann werden wir wieder ein bisschen Playstation 3 Spiele zocken Da hätte ich nach und so Aber wir können trotzdem Naruto Äh Also Naruto Ultimate Ninja Storm Spielen Weil ich hätte es auch für Playstation 3 noch Das wäre eine Möglichkeit Und sonst gehen wir halt dann wieder zurück zu der Switch Xenoblade Maybe Meine Kraft verlässt mich Meine Kraft verlässt mich Ah Also die Säure ist übelst ärgerlich Was eigentlich einen guten Tag gehabt bis jetzt Harmer Ich war so versunken jetzt gerade in diesem Thema zu bleiben Das ist ein Thema was mich heute übelst beschäftigt hat Classic einfach Aber Draufpacken Ähm Packen wir auch drauf Ein bisschen mehr Rüstung Hallo Äh Wer gefunden hat Das ist immer gut Hehehe Das ist eh Es ist besser Das machen sie doch nicht bereit Haltet eure Zauber Ah Wir bekommen hier einen Begleiter Stimmt Das gibt es auch noch Das So ist Kleiner Funpack Das war damals mein wirklich Aller aller Erstes Projekt Wenn man so genau nehmen will Da Diablo 3 Habe ich damals gezockt Als ich äh Also habe ich gestreamt Als ich Das ist Just for fun mäßig Ich dachte ja Okay Äh Ich will es eh wieder mal durchzocken Und dann habe ich gestreamt Es war übelst Eigentlich von Volle Die Miserabel Und alles Aber Es hat mir so damals Spaß gemacht Dass ich dann danach Ja mehr angefangen habe zu streamen Also eigentlich wegen die Diesem Spiel habe ich angefangen Hehehe Aber In Jooto konnte ich nicht fliegen Bis ich den 5. Orden habe Die ganzen 6 Orden Direkt Stibitzt Oh mein Gott Oh mein Gott Aber Wenn du in einer anderen Region bist Sehen natürlich dann die Orden dort Stimmt Wer seid ihr? Ja Das wird ihr bald Einfach durchgehastet Das Schnell So möglich So schnell wie möglich Wegfliegen kannst Hehehe Ist auch gut Immer gut wenn man Fliegen einsetzen kann Ich muss dem Skelettkönig einige Fragen stellen Hehehe Ich ebenso Hehehe Ich ebenso Hehehe Hehehe Speedrun mäßig genau Hehehe Dreamer Formel 1 Neuses Hehehe 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 alle Bücher müssen einfach mitgenommen werden ja eigentlich nicht oh no heute habe ich übrigens was im Hals keine Ahnung was los ist Speedrun erzähl ich dann die ganze Zeit wenn ich diese Fähigkeit einsetze oh und dann kommt der andere Skelett von dort wait a minute oh mein Gott was habe ich hier wieder getan ok is dead mache schnell Cassino und Toto 1 vergesst es immer wieder ah ja warum sind sie plötzlich so stark ja klar wir spielen abrufen aber trotzdem noch nicht bereit oh mein Gott oh mein Gott ja man Legion der Verräter ja ok komm hierher Verräter boi so wo sag ich unser andere Typ ah der ist dort mitten von den Skeletten läuft shoppen out of nowhere ja hey also fallen die so viel aus eigentlich wenn wir jetzt diesen Run machen haben wir eigentlich oder da habe ich alle Charakter auf Level 70 bis auf den Hexen-Doktor nice ok Speedrun ok das hat jetzt nice ausgesehen von so auf dem Pferd dann öffnet die Tür wir sind wieder normal noch nicht warum wow also es ist wirklich eine geile Fähigkeit die haben wir vorhin auch gerade erst bekommen die Kultisten haben mich auf dieser glühenden Grube vorbeigezerrt wie ist sie entstanden ein Stern ist hier niedergegangen genau ich will ihn finden so hier entlang er ist frei er darf sich nicht verleihen er ist frei so ich bin Cormac Krieger des Templer Ordens sucht ihr nach dem Skelett König ja so müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen ok es gibt keinen Grund allein zu kämpfen nun gut nice wir haben begleitet oh was wir haben eine Legisache bekommen wait what was ist es Goldträger oh das klingt schon mal sehr gut 10% Gold von Monstern Gold sammeln ok zwar wir haben ja 90 Millionen ok wir brauchen eigentlich gar kein Gold Gold sammeln eure Rüstung wird für 5 Sekunden um einen Wert erhöht der dem des aufgesammelten Goldes entspricht ok es ist legendär komm wir palt also wir rüsten es jetzt mal aus ähm sonst noch was Fertigkeiten haben wir irgendwas oh wir haben hier eine Sache die Heiligen Ketten explodieren und fügen gegen eine im Umkreis von 3 Metern 60% Waffenschaden als Heilig Schaden zu damn 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 ok hier haben wir bei der Eisenhaut ah die ist noch in der Abklingzeit wohl was haben wir hier bei Kreis aktiv verleitet dem dem geboten Nachdruck so dass eure Angriffsgeschwindigkeit und die eurer Verbündeten 5 Sekunden lang um äh um 15% erhöht wird passiv sprecht das Gebot aus so dass eure Angriffsgeschwindigkeit und die eurer Verbündeten um 8% erhöht wird ok jetzt müssen wir halt schnell warten bis das andere aufgeladen ist also jetzt so erhöht euren Dornenschaden um 300% während Eisenhaut aktiv ist na ich da pass ich no joke also dass wir so blenden können und dann noch 20% mehr Schaden ist um einiges angenehmer Speedrun oh hier ist Teleporter gut ich glaube wir brauchen hier nicht mehr allzu lange bis das war jetzt übelst nur Geduld übelst äh gescriptet so noch nicht bereit no die wir gerade durch sch- schnipzeln die wir gerade durchschn- schnipzeln all Skilette weg so Tervos nice kommt wieder einer wir machen mit zwei hüben die komplett kalt der gürtel hat was gebracht du hast die hand party all the time party all the time weg machen das ganze schwarze magie versperrt uns den weg genau das wollte ich auch sagen jetzt noch was ihr wart ein tempel jonda wie kanntet ihr diesem zirkel erliegen der dunkle zirkel ist jetzt meine bruderschaft kormak die mächte denen ich diene werden bald diese welt beherrschen ok wenn du meinst au nice alle die er beschworen hat weg noch nicht noch nicht was die Passe so wie viel das sind also und dort so bitte vergib mir nein mein blick war von der bösen magie des dunklen Zirkels getrübt verrat kann nicht vergeben dabei oh dankeschön für das schild danke für eure hilfe ich werde euch auf eurer jagd nach dem skelettkönig begleiten allerdings unter einer bedingung was wenn wir die heiligen schriften meines ordens finden gehören sie mir wenn diese schriften nicht der schlüssel zur wiederherstellung des glaubens der zack erhoben sind dann gehören sie in der tat euch wo landen skelettkönig nehmt euch in acht möchtet ihr templars begleiter eure reise mitnehmen gegen wen sollen wir heute kommen nicht mehr nachricht ich weiß jetzt nicht ob eine nachricht gekommen ist bei mir steht am schluss also immer noch am schluss schatten fährt auto naue doch ist eine nachricht wenn die okay schau schnell auf dem computer ja jetzt kommst du wenn du wenn ich den computer bildschirm aus um wechsle insider jokes angesagt ja wirklich nachricht hallo so dumm einfach warum hat es so verzögerung immer ich habe insider jokes angesagt geschrieben ja es ist gerade nico echo zu einfach als sieger irgendwie vor 46 minuten hat jemanden vorderung da gelassen nun abbaute ich mich weil ich viel vielen dank für den vordergrund habe ich gar gar nicht gesehen ist wahrscheinlich dazu gekommen als ich pause gemacht habe hey vielen vielen dank zum glück habe ich jetzt umgewechselt so eine gute sache hat es jetzt trotzdem gehabt luna ja wirklich also stand luna boff ich hoffe sie ist noch da noch nicht bereit ja wie vielen ja also ich konnte einfach nicht durchreißen genau ja 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 ich habe ja gesagt irgendwie waren jetzt dann viel größer von der masse her ganz viele Fledermäuse kein bock auf die ich hatte vor ne Woche auch ne Lunafollow bekommen was vielleicht sogar nicht gleich also noch noch nicht so noch nicht bereit ja ich weiß ich drücke immer auf die Tasse für das Pferd dass ich schneller vorankomme ich werde auf ewig Qualen leiden für den letzten Versuch meinen König zu ehren als wir ihn in seiner Gruft bestatteten manifestierte er sich als grässlicher Skelett-Dämon Gorash und meine anderen Ritter wurden sofort überwältigt doch ich kämpfte weiter wir haben irgendeinen Morgenstern bekommen hello oh no noch nicht oh no ihr übertreibt es was sein wird sein Bord ist aber ich warte ja auch bis ich mir könnte das für die Zeit was mir eine wichtige Person ist beleidigt falls falls wir so annehmen aber könnte gut sein, weil ich habe auch gemerkt, vielleicht hast du das auch schon gehabt, in letzter Zeit haben sich ein paar Namen geändert von den meisten Accounts irgendwie. Da habe ich irgendwie auch das Gefühl, dass wir Spots sind, einfach noch eher, die an der Cover-mäßig verstecken wollen, also indem sie Namen ändern, keine Ahnung. Weil ich sehe die ganze Zeit irgendwelche Namen auftrotten und wo steht auch, dass ein neuen Follow da ist, aber von der Zahl hat sich nichts geändert, also es ist einfach genau gleich wie vorher. Was haben wir hier? Ok, hier ist noch, vielleicht. Ja, ok, mehr hier. Zweikampf? Zweikampf? Oh, wir haben... Gerechtigkeit, so heißt die Attacke. Erzeugt 5 Zorn pro erfolgreichen Angriff. Also eigentlich, wie war es so? Schleudert einen Hammer der Gerechtigkeit auf eure Gegner, der 245% Waffenschaden für gesagt. Ja, not bad. Mann und Mann, Leute, es gibt nur wie die Verrückten. Wann ich bekomme Famous und jetzt noch das? Ja, wirklich. Ja, wirklich. Es fangt, dass die, das muss ja wirklich ein übelst krasses Geschäft sein, dass die wirklich, so wirklich verkrampft daran festhalten. Immer wieder kommen irgendwelche Bots mit anderen Text und dann wird es verboten oder halt einfach rausgefiltert und dann kommt wieder irgendwas anderes und dann wird das auch rausgefiltert. Das immer wieder nur neuen, ja, ein neues Schlupfloch finden, ist so dampf einfach. Die müssen wirklich irgendwie viel Cash machen, dass sie sich überhaupt das leisten können, dass die ganze Zeit so skript. Du hast eh noch harmlos wenige Filz, äh, Filzlaus-Bots. Bei manchen Streamants sieht die Liste aus, da schüttest du nur mehr den Kopf. Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, wenn bei mir jetzt schon eine gewisse Masse ist, kann ich es mir sehr gut vorstellen bei, bei einem größeren Streamants. Ja, voll. Oh Mann, einfach. Ah, Zweikampf war Schild hier. Der armvisierte Gegner wird für 1,5 Sekunden betäubt. Alle anderen getroffenen Gegner werden zurückgestoßen. Ja, geht. Muss jetzt nicht so unbedingt sein. Was haben wir hier? Für jeden verspotteten Gegner erhöht sich das Leben, das ihr pro Treffer erhaltet. 5 Sekunden lang um 5. Wäre nicht schlecht, ganz ehrlich. Aber wir lassen hier das Pferd und Begleit heißt irgendwas dazu. Ah, bei dem kann man ja natürlich auch so stuffen. Okay. Ähm. Er bekommt einfach alles, was wir nicht haben wollen. Und ihn nicht mehr gebrauchen können. Ähm. Halt euch und den Templer um 882 Leben. Verspottet 3 Sekunden lang Gegner im Umkreis von 10 Metern um euch, wenn ihr angegriffen werdet. Okay. Ich glaube, wir machen das jetzt Leben. Trotzdem könnte er auch die Gegner einmal abbrechen. Egal, wir können auswechseln. Another Viewer ist ja auch ein Bot. Den sehe ich öfter selbst in meinem Channel. Another Viewer. Den hätte ich jetzt noch nicht gesehen. Das merke ich mir mal. Vielleicht kommt er ja auch irgendwann. Hehehe. Da müsste ich überschmunzeln, wenn irgendwann, falls sie so steht, ein Follow von Another View. Hehehe. Regeneriert pro Sekunde 29 Leben für euch und den Templern. Oh, das ist gut. Gegner, die den Templern angreifen oder von ihm angegriffen werden, werden 3 Sekunden lang um 80% verlangsamt. Nicht schlecht. Stürmt auf ein Ziel zu, fügt ihm 280% Waffenschaden zu und betäubt 30 Sekunden lang alle Gegner im Umkreis von 8 Metern. Klingt nicht schlecht. Fügt ein Gegner einen massiven Schlag zu, der 800% Waffenschaden verursacht. Ich glaube, wir machen das, dass die Gegner betäubt werden. Okay. Ausgerüstet. Hehehe. So schlecht. Sogar in deinem Channel. Ich sehe gerade die Benutzernamen. Was? Ist hier gerade am Zuschauen? Oh? Ha. Ha. So schlecht. Wenn man gerade von ihm redet. Ha. Ha. He's everywhere. Einfach wirklich überall. Ha. Ha. Ähm. Oder Commander Root auch. Ist es auch so, äh, Bot mäßig. Ha. He. Lol, einfach. da gehen sie einfach von ort zu ort von channel zu channel so schlecht okay hätte ich mich jetzt übelst noch nicht geachtet wenn er jetzt nichts gesagt hätte das geht jetzt irgendwie verdächtig weit nach links der tempel hat sich einfach bei uns da muss ich eigentlich am ende von dem stream auch sagen ich bedanke mich an alle bots die zugeschaut hat aber hier sieht trotzdem richtig aus der lange gegangen sind die ausgesinnt ist das richtig wäre noch nicht verheiratet sein die man nicht sofort also gar nicht auf Puh, geh durch. Ja, Mann. Das waren einfach gerade 60 Gegner. Puh, diese Gorgel. Ah, hier ist der Ausgang. What? Die große ist dann hier noch die Fläche, dass dort gerade der Ausgang ist und dass dort links in so einem Gang übelst weit, ja, nach drüben geht. What? Noch nicht. Wir hätten uns ja hier übelst die Zeitvertreiblichkeit ohne Shit. Äh, freut oder falsch? Oh mein Gott. Noch nicht bereit. Oh ja. Noch nicht. Alle werden geländet. Das ist zu gut wie die Attacke. So. Okay. Weiter geht's. Ich habe versucht zu zählen, wie viele wir getötet haben. Ich habe den Überblick verloren. Oh, oh. Oh, it's a trap. Oh, oh no. Oh no. Ich habe es schon genau gelacht. Gut, ein Totium ist weg. Noch nicht bereit. So. Das heißt, ihr seid gar nicht tot. Das heißt, ihr seid Torwächter. Äh, genau so wie die Gegner eigentlich. Sieht einfach anders aus. So. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Zu einfach. So. Wir machen über die ganzen heiligen Torsten. Weg damit. Weg damit. Wern. Die Schatztruder war übelst einfach der Bait. Weg damit. Ja. ich glaube es ist wieder zeit mal ein bisschen durch zu gehen das ist zweihändig was habe ich jetzt gemacht habe ich aber ich habe wahrscheinlich einfach einfach so getroppt und zum glück habe ich nicht r2 gedrückt wie es jetzt noch allerdings auch vergleichen was auch in zwei hand ja es hat doch weniger sps wir lassen das mal also wir lassen die waffe dann hier es wäre zwar gelb aber es nicht um ja nicht so stark das können wir um ändern hier gut ok das ist sehr nice wir haben noch elf plätze übrig da muss ich ein bisschen aussortieren classic einfach und da hinten ist schon wieder eine truhe das sicher auch wieder eine falle kommen aber nicht so eine karte falle so nein wie das werden so gewaust nur geduld ja ja also das letzte mal als wir so oft haben weil ich hatte der mönch werde auch gegen was gesagt das geht gerade nicht wenn man so übelst 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 so machen wir schnellen rundgang noch speedrun da ist man kann einfach in die gegner rein und rennen rein reißen aber kommt mal zu max ich habe sie da einfach so schon noch nicht bereit noch nicht bereit so dankeschön oh level 16 sind wir jetzt wieder eine neue fähigkeit eure primärfertigkeit fertigkeiten erzeugen zusätzlich drei zorn maximaler zorn um 30 erhöht ja ja was haben wir hier weihe weit zehn sekunden lang den boden unter euch im umkreis von 20 metern ihr und eure verbündeten regeneriert 167 leben pro sekunde während ihr euch auf dem geweihten boden befindet ich dachte es würde weitergehen das lassen wir jetzt mal also ich nehme das mit dem damage manchmal ist was als ob haben wir einfach eine legendäre waffe plötzlich okay schwur von kalldeum 80 leben pro getöteten gegner und das nice und sieben erfahrung plus das auch gut reduziert alle ressourcenkosten damn damn wie lag einfach noch nicht ja jetzt 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 machen wir ein bisschen damage ja wir werden jetzt auch eigentlich auch weitergehen können aber manchmal ist erfunden dann trotzdem noch besser als direkt zum ziel zu gehen das war gerade ein legendärer gegner im östlichen könig das hat uns gerade so ein boost gegeben what oh das ist so verrunden Leute und hatten eine ganz andere mission ich dachte hier wäre gar kein durchgang dann gehe ich nochmal zurück weg damit perfekt also bis jetzt gefällt mir der kreuzritter absolut dumm dumm Olzer ich muss zurück her nein nicht zurück woha was ist hier denn für ne party Hier hat es noch ein Buch. Oh, noch ein Geschadter. Oh, noch ein Geschadter, ja. Verflucht durch meinen einst geliebten König. Das Böse nagt an meinen Knochen. Und ich drohe ihn zu unterliegen. Böses? Um ein geliebtes Tristram zu schützen, muss ich mich in das Labyrinth begeben, um dort allein zu sterben. Das war einfach ein Trigger-Wort gerade für mich. Ist immer das Gleiche. So. Das Komische eigentlich hier am Diablo ist, je mehr Gegenstände, dass man zerstört, oder in kürzerer Zeit, um so schneller währt man dann. In dem ist es immer gut, die ganze Zeit alles zu zerstören. Der unbegrabener. Was sehen wir, dass er nicht angegraben ist? Okay, das hat sehr viel gebracht. Nicht? Ist hier irgendwas? Kein Gegner? Ja, wahrscheinlich werden wir jetzt hier dann zurückkommen. Oh, shit. Die habe ich gar nicht gesehen. Was hat sie mit Zackarum die ganze Zeit? Wahrscheinlich ihre Einheit. Oder so. Noch nicht. Stand. Nach langen Beten kam Akkern die Idee eines Kreuzritter-Ordens. Stand. Nur Geduld. Yo. Ja, das ist ja alles death, wenn man Level up hat. Okay, was haben wir hier? Oh, zweite Fähigkeit. Wenn ihr einen Angriff blockt, während gestellte Sinne aktiv ist, wird eure Angriffsgeschwindigkeit drei Sekunden lang um 15% erhöht. Boah. Ganz ehrlich, ich finde Niederschrecken die beste Attacke, weil sie von mehreren Gegnern also so herumhüpft. Und das ist sehr, sehr praktisch. Macht auch viel Damage halt. Und die haben hier Gebot der Gerechtigkeit aktiv. Verleiht dem Gebot Nachdruck, sodass euer Widerstand und der eurer Verbündeten gegen aller Schadensarten fünf Sekunden lang um 119 erhöht wird. Ja. Sprecht das Gebot aus, also passiv, sprecht das Gebot aus, sodass euer Widerstand und der eurer Verbündeten gegen alle Schadensarten um 34 erhöht wird. Na, wir machen eine Angriffsgeschwindigkeit. Angriff ist manchmal die beste Verteidigung. Nicht immer, aber wirklich hier. Wenn die Gegner gar nicht dazu kommen, richtig angreifen zu können, dann, ja, muss man auch nicht so krass auf die Verteidigung gehen. Wait a minute. Der hat die genau gleiche Stimme wie Sully. Also ein bisschen ohne zu sehr nach Sully gedrückt. Sully kommt einfach fast jeden hier vor. Ist das Dungeon? Oder dieser Bereich? Hier ist es gerade fast größer. Keine Chance. Weg damit. Ja, man. Easy go. Okay, hier ist Sackgasse. Noch nicht bereit. Warum? Der mit falschen Taste. Ist hier nichts? Wir laufen zurück. Oder reiten. Nur Geduld. Ja. Schade geht es halt auch noch nicht so extrem lange. Ich nehme an, das kann man dann sicher auch noch verlängern oder halt die Abklingzeit ein bisschen verringern. So. Keine Gäger. Aber wir werden jedenfalls bei der Ecke angekommen. Weg damit. Let's go. Es sieht so lustig aus, wie der Templer immer mit hinterherkommt. Noch nicht. Ja, okay. Oh, wir haben hier einen Kobach. Äh, einen Scheißsaal vergessen. So. Nur Geduld. Ja, ist doch gut. Yeah. Ja, das läuft gerade. Okay, die königlichen Krypten. Wir sind am Kommen. Beim Skelettkönig. So. Haltet euch von ihm fern. Diese Bürde muss ich allein tragen. Was ist? Möchte der Tod euch Frieden schenken, Neurik. Verräter, selbst dem Tod werden die Armeen Kanduras weiterhin ihrem König dienen. Selbst wenn ihr es nicht tut. ähm, dead. Wow, geil, sorry. Was haben wir hier? Noch nicht bereit. Ich glaube, auf der linken Seite ist es genauso. Ah, hier ist er. Ihr wart es, das Lebenswärme in mein Grab zu tragen. Ja, ja, komm. Wir werden euch zu vollbringen, Höllenbrud. So lächerlich. Der König macht da waren von da nicht. Ist halt einfach nur ein Geist. Ich setze immer wieder ins Pferd ein. Why? Weg mit euch. Aktivierte Säule. Das ist die krasser Gegnernahme. So. Weg damit. Weil wir eigentlich gut während dem Fight. Weil bei mir wird es manchmal ein bisschen laut. Also wirklich krass laut. Also versteht man mich. Sonst stelle ich es dann wieder ein bisschen runter. Die Geräusche. So, run. Weg mit dir. Ja, jetzt ist wieder mein Handy wieder typisch. Diesmal warte ich wirklich. wenn ich den Bildschirm wieder wechseln bin. Sicher wieder laden. Voll von Bauern Tölpeln und einem alten baufälligen Kloster, das dem König von Kanduras wohl kaum gerecht wird. Ich verstehe einfach nicht, warum Lazarus so darauf bestanden hat, dass dies unser neuer Regierungssitz wird. Okay, wait a minute. Ich schade jetzt trotzdem um. Sicher, wenn ich jetzt wiederum wechsle, kommt es dann. Die Technik verarscht sich sowas von. Ja, wirklich. Man versteht dich nur, das ingame ist ein bisschen gleichmäßig. Äh, gleichmäßig? Also, also dann sollte ich, äh, vielleicht die Effekt Sachen ein bisschen runter schrauben, meinst du so was? Also, dass man Dialog besser hört. Meinst du so? Weil dann würde ich das direkt machen. Ja, genau. Ah, okay. Du kennst es gut. Ist immer sehr gut. Danke vielmals. Ähm, der Sound Effekt. Ah, Umgebung. Ja, ich mach ein bisschen runter. Passt die Lautstärke von Geräuschen an? Ja, ich mach 40, komm. Ja, ist gut so. Ja, voll, okay. es klingt auch nicht mehr so laut bei mir selbst. Ja, ich glaube, das war's. Viel, vielen Dank, Harvard. Ihre geht raus. Honor, zu gestern einfach ging, eine, Honor goes out to everybody. so laut, wenn es auf Englisch klingt, es einfach komisch, weil man sich nicht daran gewöhnt ist und gern, Eine übler, krankhafter Schatten hat sich über das Anwesen gelegt, das wir nun unser Heim nennen. Der junge Albrecht jedoch scheint sich in unserer neuen Wohnstätte wohl zu fühlen. Vielleicht leide ich einfach nur an einem Ungleichgewicht des Gemüts, hervorgerufen durch den kürzlichen Umgebungswechsel. Aber was kommt jetzt? Ah, das ist ein Eingang. Ah, okay. Ah, wir sind beim Boss. Boss, kein, kein. Ihr werdet Menschen ehmals besiegen. Ehm, doch. Ihr wurdet besiegt in dem Augenblick, in dem ihr euch dem Wahnsinn ergabt. Gleich haben wir dann eine Cutscene und es wird übelst geil, ich freue mich schon. Wir spielen ja ein Blizzard-Spiel und Blizzard ist ja sehr bekannt dafür, für die guten Cutscenes, die sie immer so liefern und oh shit, Diablo 3 hat einfach so richtig geile und epische, ja, Cinematics, sag ich jetzt mal. So nice. Oh, übertreibt, der Pisser schreit mich voll in die Ohren. Ja, er war gerade wirklich laut. Ihr werdet. jetzt kommt er wieder. Hello, it's the Skelet King. Der splint auf ihn. Ja, ist gut, beruhtet. Skeletor von He-Man, ja, wirklich. Ich glaube, das war eben auch... Das war die Referenz in diesem Uncharted-Bug. Da war eben auch so ein Skelett-Kopf-Typ, der auch eben so ein bisschen Ähnlichkeiten hat mit dem. Das macht alles Sinn. Ich wusste nicht mehr genau von wo, dass der nochmal war, aber stimmt, bei He-Man war ja sowas. Ich konnte es einfach nicht mehr zuordnen. No lol, es ist mir jetzt gerade eigentlich so wie ein Gedankenblitz gegeben. Komm schon, Skelett-König. Ach komm. Noch nicht. Ja, es sind alle hier. Ja. What? So übertreiben muss man nicht. Jetzt kommt er dann wieder hinter uns. Oh, voll. Dreamer moved kommen. Ja, mit mir geht es. Oh, schön. Ich habe ihn nicht blenden können, weil ich daneben geschossen habe. Komm hier hin. Ich wollte gerade zuschlagen. Also, vier Schaden macht er nicht. Zum Glück. So kommen wir immer zu ihm. Mit dem Pferd kann man eben den Gegner durchgehen. Ebenso wie ein Geisterpferd. In dem hat Phantom Ross wirklich gut gepasst wurde. So. Nur Geduld. Nein, ich habe die falsche Scheiße. Fast nur noch ein Viertel. Er hat R10 bekommen, also unser Begleiter ihn zu betäufen. What? Komm schon. Es übelst das Weiche, er haut dem ab. Komm schon. Jetzt haut er wieder. Nein, diesmal nicht. Komm schon, Gedau. Geht aus. Geht aus. Geht aus. Ja, man, jetzt. Das ist dein Kreuzzug und keine Handelsreise. Ah, wieder zu viel Zeug, man. Ja, man, ey. Da ist den ersten eigentlich richtigen Boss haben wir jetzt schon mal besiegt. Okay, ich droppe mal den ganzen Stuff, den wir nicht brauchen. Wow, wie viel war das jetzt? Geht aus. Pack ich mal das hier alles mit. Nice. That's a lot of damage. Tut mir leid. Ich nehme mal den hier drauf und dann kann man ja vergleichen. Der hier ist besser. Gut. Ist der Gürtel besser? Und ob ist der besser? Gürtel des Ordnungshüters. Plus vier Erfahrungen pro getöteten Gegner und Sammelradius für Goldteilkugeln um ein Meter erhöht. Oh. Reduziert die Abklingzeiten aller Fertigkeiten. Das ist sehr nice. Okay, das können wir gut gebrauchen. Und dann haben wir seine Krone bekommen. Die ist Standard eigentlich. Booyah gegeben. Wie ein John-Tron. That's a lot of damage. Ja, einfach wirklich komplett drauf. Us hat sogar einen Sockel. Verstärkt die Wirkung jedes Edelstab... Ah, ja, okay. Dann ist es normal, dass es einen Sockel hat. Ich wollte noch sagen, oh, das ist üblich speziell. Aber nein, ist wahrscheinlich Standard hier. Ähm. Okay, wir haben alles. Nice. Ja, schon Geschwindigkeitsbonus wieder. Gut, dann gehen wir in seinen Keller. Wir gehen jetzt zu diesem Komet, der runtergeflogen ist. Let's go. Der gefallene Stern war ein Mann? Interessant. Ist es einfach ein Typ. Ich bin... Ich... Ich war... Ich erinnere mich daran, zu fallen. Und zumindest einige Geschosse tief. Ich bin nicht euer Feind. Ich denke... Ja, ich glaube... Dass ich gekommen bin, um euch zu warnen. Die Dunkelheit... Die Dunkelheit rückt näher. Ich muss... Ich kann mich nicht mehr erinnern. Bleibt ruhig und folgt mir. Strange. Okay, back. Der gefallene Stern war ein Mann. Nur ein Mann. Oder kommt noch irgendwas? Ich frage mich, ob es sein Fall mit meinem Kreuzzug zu tun hat. Ich werde ihn zum alten Gelehrten bringen. Er könnte es wissen. Dann kommt noch gar nicht die Cutscene, die ich vorhin gesagt habe. Oh... 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 Als... Als ob haben wir jetzt schon wieder halb neun. Okay, ich... Ich drehe mir schnell nicht, Ziggy. Schon vorhin ist die Zeit zu schnell vorbeigegangen. Also, das Spiel fesselt da. Auch wenn ich es schon kenne und... Tausend... Sich tausendmal gezockt habe. Aus dem Grund habe ich es auch gezockt, weil es einem so catcht. So. Ähm... Wieder ASMR-Pause, tut mir leid. Ich bin fast ready. Ja, zwar, wenn ich jedes Mal sowas gesagt habe, ist irgendwas passiert. Ist irgendwie das Pape gerissen. Oder sonstige dumme Situationen. Oh Leute, ihr glaubt nicht, wie ich mich auf den Frühling freue. Ich habe wirklich ein bisschen... Also, ich vermisse so richtig, äh... Ja, das warme Wetter. Das schöne Wetter. Es ist jetzt so lange grau. Einfach... Kalt. So richtig trostlos war es jetzt die ganze Zeit. Und dann noch mit Lockdown und so, äh... Ja... Ja, man, es war eh die ganze Zeit jetzt drin gewesen und so, aber... Es war noch trostloser als sonst. So. Ähm... Es ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass ich jetzt, äh, Diablo 2, äh, was labere ich? Diablo 3... Nochmal so ein bisschen Replay, weil in den nächsten Jahren kommt dann Diablo 4 raus. Und das werde ich mit Sicherheit auch zocken. Ich hoffe einfach, dass es gut wird. Weil eben Diablo 3 war wirklich echt fun. Also eben mit einem Kollegen und so zusammen. Es war einfach immer, äh, nice zu viert oder halt zu dritt, zu zweit zu zocken. Auf einem Bildschirm. Okay. Okay. Ich habe Schuhe bekommen, die ich nicht... Ich habe Schuhe bekommen, die ich nicht... Ja, aufsammeln kann. So. Erzählt mir alles, woran ihr euch erinnert, Fremder. Jedes Detail. Fallen. Feuer. Ein Schwert von großer Macht. Es war ein Teil von mir. Aber es zerbrach in drei Stücke, als ich fiel. Es ist wichtig, dass wir diese Schwertstücke finden. Ich glaube, dass eure Erinnerung zurückkommen wird. Wenn wir das Schwert wieder zusammensetzen. Ja, genau. Die Ziegenmenschen wüten durch die Felder. Könnte das Schwert etwas damit zu tun haben? Natürlich. Die Ziegen was? Genauso wie um den Fremden herum die Toten auferstanden sind, haben die Schwertsplitter die Ziegenmenschen in den Wahnsinn getrieben. Alle Ziegenmenschen sind wahnsinnig. Dazu braucht es kein Schwert. Aber ich werde ihre Felder durchsuchen. The Goldman! Geht zu den Feldern des Elends. Oh, das klingt aber übelst einladend. Warum nicht? Da mache ich auch manchmal Ferien. Die Felder des Elends kann man nicht ein leiserer Name nehmen. Ah, ich wollte ja noch Zeug verkaufen. Erzähl es niemandem. Ja, ja. Aber ich habe ein paar Niederlagen, die du unbedingt sehen solltest. Ja, ja, sehen solltest. Es muss Platz gemacht werden. So. Oh. Ich glaube, es war ein bisschen besser als das, was ich jetzt habe. Alles weg. Das war aber wirklich viel. Legendär, behalte ich jetzt noch. Hals irgendwie markieren. Nö. Oh. Ich wechsle dann die noch ein. Dream up, verkaufst du etwas Weißes? Bachpulver? Mehl? Zucker? Ja, okay. Zucker. Kommt. Puterzucker? So. Ähm. Wechseln, dann hier verkaufen, so. Ja, man. Wir haben hier eigentlich eine Krone, die legendär ist. Dann verändern wir die mal. Hier kann man eben, äh, die ganzen Designs umändern. Je nach Belieben, was man will. Okay, hier habe ich hier so. Boah, das sieht aber nice aus. Ja, komm. Sieht wirklich not bad aus. Ich glaube, das sieht man hier am besten. Das ist ja so ein Samurai-mäßig. Damn. Also, ja, okay, die andere Rüstung passt jetzt noch nicht. Und das Schwert kennen wir auch. Ich finde das ein bisschen... Ah. Da habe ich nur anfangs von den verschiedenen Stäben. Ja, okay, macht, macht Sinn. Ich weiß ja nichts. Wir lassen es so. Aber ein anderes Schild. Okay. Okay, das ist auch ein komisches Schild. Es leuchtet einfach. Wow, okay. Das... Das ist ja geil. Es sieht nur so aus, aber es hat nicht die Kraft. Eigentlich können wir dorthin teleportieren. Okay, let's go. Ich dachte vorhin noch so, dass eine Cutscene kommen wird, aber ich habe an das gar nicht mehr gedacht. Wir müssen, glaube ich, auch sogar noch zu einem Ort hingehen, wo dann alles irgendwie am Brennen ist. Such nach der Höhle, der Katzra. Oh no. Das muss irgendwo in diesem riesigen Feld liegen. Das ist wirklich ein riesiges Feld. Noch nicht bereit. Yo. Okay, one shot. Sehr gut. Die Adventure machen wir a lot of damage. Der Bau will uns einfach killen. Genau das passiert mit Leuten, die schlecht zur Umwelt sind. Irgendwann werden die Bäume sich rächen. So. Yo, wie mir gerade auseinanderfällt, Holy Moly. Ist das die Höhle von der Katzra? Assfresserhöhle. Oh nein, es habe ich jetzt nicht. Es kommen drei. Es kommen drei. Oh yo. Ey, die Laser hier sind ganz, ganz böse. Die können einen übel schnell killen. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Close. Okay, es ist nur noch ein Laser. Sie hätten rennen sollen, als sie es noch konnten. Genau. Ach, das sind die Ziegenmenschen. Und da kommt wieder der Baum. Noch nicht. Ja, okay. Der Baum ist nicht immer ein. Der Baum wird nicht aggressive. Noch nicht bereit. Oh oh. Nur Geduld. So. Noch nicht. Oh oh. Wieder ganze Meute. Nur Geduld. Sehr nice. Der Baum wird uns eh wieder angreifen, oder? Nicht? Das ist ja noch seltener als aggressiv. Eine Bäume. Das ist ein Baum uns mal nicht angreifen. Krass. Noch nicht bereit. Ich kehre in die Stadt. Nein, nicht in die Stadt. Okay. Hier hat die Map angefangen. Und hier sind wir jetzt. Also es ist noch wirklich ganz viel Fläche, die wir vor uns haben. Oh, ich habe ein Level auf. Was schwingt euch auf in die Himmel? Was schwingt euch auf in die Himmel? Und stürzt auf eure Gegner herab, wodurch ihr allen Gegnern innerhalb von 14 Metern um euren Aufschlagsort 1700% Waffenschaden zufügt. Damn. Okay. Was ist mit der 1, ja? Und ich habe das Reit hier. Das Streit Ross fügt Gegnern, durch die ihr hindurch reitet, pro Sekunde 500% eures Dornenschadens zu... Damn. Okay. Das ist wirklich gut. Jetzt können wir sogar Schaden machen mit dem. Schwungangriff hat... Die hoffene Gegner haben eine Chance von 50% ins Straucheln zu geraten und für 2 Sekunden betäubt zu werden. Na, wir lassen das mit in Flammen. Ich will sie brennen sehen. Ja, das Pferd ist einfach grün jetzt. Au. Nur Geduld. Und der... Damn, okay. Die Attacke ist nice. Was wir immer noch nicht in dieser Höhle gefunden haben. Okay, der Schaden ist aber nicht so krass, hä? Aber ein bisschen schade. Ich dachte gerade, es wären vielleicht paar wübten geworden. Paar Bäume. Noch nicht. Ja, dann halt. Holy moly, was ist denn hier los? Boooom. Hahaha. Okay, macht wirklich Spaß, der Coin-Switter. So. Ich könnte den Bum so schnell kaputt machen. Noch nicht bereit. Ja, dann halt. Hier kommt jetzt glaube ich dann gleich der Weg, wo wir entlang gehen müssen. Okay, jetzt bin ich verwehrt. Ich dachte nicht, dass es so ein Häuschen kommt. Wir hätten es wissen müssen. Die Bauern sind schon vor über zwei Wochen gegangen. Und doch blieben wir. Gest... Oh, sorry. Hörten wir die Bestien näher kommen. Man geht weg. Es gibt hier drinnen nichts, was euch nützen würde. Die hat jetzt einfach gerade den Dialog... Oh. Dies sind dunkle Zeiten. Ich glaubte für einen Augenblick, dass ihr einer von diesen schauderhaften Ziegenmenschen wärt. Da ihr ja nun keiner seid, möchtet ihr vielleicht etwas kaufen? Oha. Dürfen die Ziegenmenschen hier nicht einkaufen? Das ist ja aber übelst diskriminierend. Finde ich aber gar nicht gut. Aber her mit den Sachen. Das hier ist ein Überfall. Das wäre übelst mies. Äh... Nope. Wechseln wir nicht aus. Lassen wir so. Das ist einfach. Wir nehmen natürlich noch die Trüe mit. Genau. Verdient Talon. Oh, ich verkaufe ein bisschen noch ein paar Sachen. So. Jetzt haben wir eigentlich das Schild vorhin umgetauscht. Jetzt ist es wieder so. Eigentlich bringt es nur bei legendären Sachen. Jetzt haben wir halt den Helm geändert. Das ist ja schon mal gut. Gut. Was wollte sie gerade machen? Habt ihr jemals Angst, wenn ihr kämpft? Nein. Ich verspüre Angst vor der Schlacht und danach. Nur wenige würden das so offen zugeben. What? Okay. Und da ist wieder unser freundlicher Nachbar. Noch nicht. Äh... Aus dem Wald. Äh... Das heißt auch einfach Waldwesen. Vielleicht nicht Baumling oder... Nur Geduld. Jetzt sieht man ein bisschen schon den Bereich. Wir können ja eigentlich hier jetzt schnell... ...diese Lücke machen. Und jetzt sind wir erst Felder... ...des Edens. Weil plötzlich kam der Text. Ich dachte, wir wären schon die ganze Zeit hier. Aber anscheinend ist es hier irgendwo, hä? Boah, yo. Oh, da kommt eine Elite-Gegner. Niemand ergibt sich. Oh. Spür die Kraft. Noch nicht. I'm running around. So, weg. Hey, you want beef? You got beef? Doch. Noch nicht bereit. Wir müssen diese Zeugennester wegmachen. Sonst kommen tausend von diesen Fledermäusen. Wir wissen alle, was mit sehr vielen Fledermäusen passiert. Ah, wir haben die Höhle. Zum Glück bin ich jetzt hier nochmal. Jetzt hätten wir nochmal eine ganze Runde mehr herumlaufen können. Nur Geduld. So. Oh, ich hab's auch noch. Noch nicht. Und schau. Nein, als... Ah, okay, gut. Es hat ihn trotzdem gekillt. Ah, ja, es geht gleich in irgendeine Höhle. Verbrennt im Licht. Noch nicht bereit. Ja, er brennt im Licht. Das Lachen gerade. Haha. Sehr geil. Was haben wir jetzt hier? Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit von Bestrafen, Schlitzen, Niederstrecken und Gerechtigkeit um 15%. Das ist wahrscheinlich... Das sind alle normalen Primärattacken. Oh, wir haben hier was bekommen. Von den Ketten getroffene Gegner haben eine Chance von 20% eine Sekunde lang bewegen. Bewegung... Bewegung... Bewegungsunfähig gemacht zu werden. Ja, ja, geht eigentlich. Müssen wir jetzt nicht unbedingt. Was ist hier? Einen Angriff abzublocken erzeugt 6 Zorn. Wir machen hier, dass wir ein bisschen geheilt werden. Das wollte ich ja vorhin schon. Und das müssen wir eigentlich jetzt lassen, solange dass wir mit Zweihandwaffen kämpfen wollen. Äh... Gesegneter Schild. Schleudert euren Schild der getroffenen Gegnern 430% Waffenschaden als Heiligschaden sowie 250% der Blockchance eures Schilds als Heiligschaden zufügt. Der Schild springt auf 3 Gegner in der Nähe über. Wir können es mal austesten. Aber eigentlich gut kriegst du es jetzt nicht. Ach komm. Sonst... Vom gleißenden Licht geblendete Gegner haben eine Chance von 50% betört zu werden und 8 Sekunden lang für euch zu kämpfen. Und das dann war ja... Hat es dann doch einen Schaden, das habe ich auch schon gesehen. Nein, ich wollte es mir mehr Schaden machen. Begleiter hat noch was. Dass ihr... Äh... Erhöht eure Ressourcen-Erzeugung. Mana 7 pro Sekunde, Hass, Zorn. Wir haben ja Wut. Aha. Oh nein, wir haben Zorn. Dann ist es 1,1 pro Sekunde. Okay, er geht. Wächter, der Templer. Eilt euch zu Hilfe. Stößt Gegner im Umkreis von 15 Meter zurück und teilt euch um. Eine ehrenvolle Wahl. Wir nehmen das. Let's go. Haben wir wieder ein bisschen... Oh, hier ist noch eine Farm. Sehe ich gerade. Wo kommt man hier rein? Wir gehen noch schnell hier rein. Dann gehen wir in die Höhe da. Hä, wo ist hier der Eingang? Aha. Oh mein Gott. Ja, okay, dann halt. Hier ist der Eingang. Verlassenes Gehöft. Wir wollten gerade mit ihm behen. Ich bin erledigt. Die Dämonen droht, hat sich in meinen Feldern eingenistet. Vielleicht solltet ihr euch andernorts niederlassen. Dieses Land ist alles, was meiner Familie bleibt. Ich kam hier nicht weg. Ja, okay, Schild ist nicht gut. Noch nicht. Der Schaden schon alleine. Ist einfach viel besser mit dem Feuerzeug. Ja, schon das Seuchen-Nest. Das ist alles eigentlich Gratis-Gegner. Können wir mal hier auftauchen. Im Namen des Lichts, seid verdammt. So. Nur Geduld. Ja. Jetzt ist Sichelzahn. Oh, oh. Noch nicht. Also, teleportiert er sich noch. Huh. Oh no. 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 Wir haben einen Armbrust bekommen. Ach komm. Mein Land ist gerettet. Seid gesegnet. Dristrams Familien werden nicht hungern. Dank der Arbeit, die wir heute hier vollbracht haben. Genau. Okay, auf zur Hülle. Let's go. Hello. Ich stürme einfach direkt rein. Auf. Oh, hier hat es Fanatiker. Weg mit ihm. Oh no. Das wird nicht passieren, bro. Nur Geduld. Wir müssen uns mit dem Ritual beeilen. Magfa wird bald hier sein. Fast geschafft. Hehehe. Hehehe. Bist du ein Grundsprecher für ihn? Weg von dem Feuer. Weg von dem Feuer. Noch nicht bereit. Oh komm. Geh weg mit deinem Feuer. Und down. Nice. Nice. Huh? Plötzlich dunkle Höllen. Vielleicht hat es die Ziegenmenschen wirklich in den Wahnsinn getrieben. Wer bist du, dass du das nimmst, was mir gehört? Ich bin ein Kreuzritter. Dennoch. Ich beanspruche es. Ich bin Magda. Und ich führe diesen Zirke. Das Bruchstück ist mein. Das sehe ich nicht so. Dann soll es so sein. Lass die Spiele beginnen. Obvious war das. So obvious. Noch nicht. Ja und die R1 Attacke muss ich viel mehr einsetzen. Gut gekämpft. Aber du wirst niemals das nächste Bruchstück in die Hände bekommen. Es ist dort niedergegangen, wo nur die Uralten wandeln dürfen. Danke, dass du es uns sagst. Sie ist verschraubender, als man es von ihr erwartet. So. Gut, wir haben es. Bringt das Schwertstück zu Kane zurück. Ich schaue noch schnell hier alles nach. Okay, hier hat es einen Punkt. Dann habe ich wirklich dieses Feld hier mit einem anderen Ort verwechseln. Weil es gibt eben auch dann so einen ähnlichen Ort. mit auch Ziegenmenschen und Kultisten und vor allem sehr viele ähnliche Gegner. Das ist nichts Spezielles. Okay. Äh, was geht? Hier ist ein Stück des Schwertes. Es war im Besitz einer Hexe und ihres Zirkels. Onkel Deckard, das hört sich an wie die Kultisten, von denen du mir erzählt hast. Sehr gut, Lea. Du hast aufgepasst. Fremder. Hilft irgendetwas davon eurem Gedächtnis auf die Sprünge? Ich erinnere mich nicht an diesen Zirkel. Aber ich spüre, dass ihm ein weitaus dunklerer Schatten die Hand führt. Nice. Ihre Anführerin Magda sagte, dass das nächste Bruchstück an einem Ort niedergegangen ist, den nur die Uralten betreten dürfen. Das erinnert mich an den überfluteten Tempel in der Nähe der schwerenden Wälder. Weißt du noch, wie du mir davon erzählt hast, Onkel? Exakt, Lea. Er war einst ein Tempel der Nephilim. Lea, dein Wissen könnte von unschätzbarem Wert sein. Du musst mit unserer Freundin hier gehen und ihr helfen, das Schwertbruchstück zu finden. Die Nephilim waren in uralten Zeiten Menschen mit fantastischen Mächten. Okay, wieder. Ah, doch. Kollegen erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels... Wir haben einfach den Teleporter. Ah, dann ist hier der Aufstieg gewesen. Okay, wir wären in der Nähe gewesen. Eine schreckliche Schlacht schlugen. Und dass ihre Geister noch immer miteinander Krieg führen. Wir beide sind gar nicht so verschieden. In mir steckt auch sehr viel Macht. Der einzige Unterschied ist, dass ich meinen kontrollieren kann. Dann habt ihr noch nicht eure wahre Bestimmung gefunden. Ich hoffe, ich werde sie nie finden. Ja. Die Macht ist so groß, dass... Ich weiß nicht. Sie macht mir Angst. Wow, zu viele Laser. Es sind plötzlich legendäre Gegner einstieg. Oh mein Gott. Huh. Oh mein Gott. Noch nicht bereit. Warum? Nein. Ich muss die ganze Zeit schauen, ob die Laser uns treffen oder nicht. Nur Geduld. Segen des Lichts. Ja, Mann. Es ist nur noch zu sehr alte hier. Komm schon. Und dead. Unvorstellbarer Reichtum. Genau. Ich glaube, wir behalten den Templer, weil er wie Sully klingt. So. Und runter. Ow. Whoa. Oh. Oh. Okay. Und das war euer Begräbnis. Es kommt noch mehr? Da ist... Noch nicht bereit. Der Boss. Oh, muss er jetzt gerade? Meuchelmörder, der Diebesgilde. Oh, je wisst, krasser Rang. Ich glaube, die können ja mal eine Combo ausführen. So. Nur Geduld. Macht ein bisschen Davids, Chef. Abkommen. Der Mann ist weg. Ja, Mann. Er ist weg. Es ist noch nicht das Ende. Der Rest der Diebesgilde wird euch finden. Okay, weiter geht's. Hier ist die Reliquie, mein Liebster. Ich habe sie versteckt, wie du wolltest. Vater ist misstrauisch geworden, aber das spielt keine Rolle, sobald wir erst einmal verheiratet sind. Bald ist es soweit, oder? Natürlich, mein Schatz. Schon bald werden wir uns gemeinsam niederlassen und ein ruhiges Leben führen. Die Felder bestellen und Belgier, äh, ich meine Kinder großziehen. Aber erst muss ich diese Reliquie verkaufen. Doch leider, leider muss ich dafür mit meiner Kameradin hier fortziehen. Ihr wollt euch dem Kreuzzug anschließen? Es ist ein steiniger Pfad. Ja, ja, schon klar. Der Pfad ist steinig und so. Wollen wir dann... Moment mal. Das Reliquie ist eine Fälschung. Bei den Göttern. Ich hätte es wissen müssen. Oh, Mann. Ihr seht so aus, als könnt ihr Hilfe gebrauchen. Und ich will bestimmt nicht hierbleiben. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Bitte sagt mir, dass ihr nicht in Erwägung zieht, euch darauf einzulassen. Nein, nein, Sully. Äh, was? Und was wird aus eurer Verlobten? Verlobte? Sehe ich aus wie jemand, der heiraten würde? Übrigens, ich bin Lündon. Äh, nope. So. Wir lassen Sully da. Jo, Geisterbro. Du musst Alaric der Wächter sein. Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Seid ihr Nefalen? Ja. Nein. Es gibt seit einem oder tausend keine Nefalen mehr. Ha, also eine weitere Legende. Ihr wollt diesem Tempel betreten, was nur dem Nefalen gestattet ist. Wenn ihr die Schlüssel aus ihren Ruhestätten in der Nähe holen und sie zur Öffnung der Tore verwenden könnt, dann werden wir sehen, wer und was ihr wirklich seid. Okay. Voll 70. Ich hebe die Brücke an, damit ihr sie überqueren könnt. Such zwei Gräber in diesen Wäldern. Die Ruhe Städte des Kriegers und die Kryptor der Urarmen. Okay. Auf in den Zumpf. Über diesen Wäldern hängt ein Mantel uralter Verderbnis. Ah, ich mag diesen Tempel. Was wäre die ganze Zeit so labert? Nein. Das war der letzte. Ich konnte einfach nicht weiter rennen. Wow. Geiler Boost. Wir hatten schon jetzt wieder mehr aus. Kaum kommt man in ein neues Gebiet rein. Ich hab nicht mal geschwitzt. Hehehe. Nur Geduld. So. Da hätten wir es schon... Ja, das ist schon mal ein richtiger Ort. Jetzt. Oh, come on. Come on. Wow. Noch nicht bereit. Plötzlich muss ich einfach gehen. What the... Hehehe. Wahrscheinlich ein bisschen früher ins Bett heute. So. Rein da. Easy going. Es erinnert mich an meine Kindheit, als ich mit Onkel Deckert nach verlorenen Artefakten gesehen habe. Sie labert irgendwas, aber wir hören es nicht. Zerbrennt im Licht. Hehehe. Und dann wieder laut von unserem. Bringt sie zurück, Brüder! Nein, wieder ein Legandärer. Mit Lasern. Ach, come on. Genau hier. Doch nicht. Oh mein Gott. Okay, zum Glück heilen wir uns gut. Äh, nein. Jetzt. Neu-Joke. Es ist einfach keine neuen Spawn. Oh, wir sind nur noch zwei... Nein, drei Legandärer. Zwei. Raum, Fürst der Verdammnis. Ah, Raum wahrscheinlich. Weg mit dir. Boom. Ja, genau. Und wir haben einen Rubin bekommen. Oha. Schon jetzt? So. Das ist einfach einer, der immer noch von diesem Spot überlebt hat, bis jetzt. So, jetzt. Wir haben die erste Kugel, oder der erste Schlüsselgestalt. Wenn das hier vorbei ist, könnte ich irgendwo ein eigenes kleines Gasthaus eröffnen. Wenn ich überlebe. Klingt friedlich. Wenn sie überlebt. Solltet ihr einmal Arbeit suchen, werde ich eure Referenzen berücksichtigen. Ich folge bereit. Wir waren uns so sicher, dass wir die Fallen überwinden könnten, die die Urahnen für Grabräuber aufgestellt hatten. Aber die Leichen meiner Freunde zeugen davon, wie töricht unsere Arroganz war. Ich werde auch bald sterben. Unsere Gier war unser Untergang. Das ist meistens so. Die Gier ist nicht gut. Ja, also, ich komme jetzt. Wo ist der dritte? Ich bin eigentlich immer drei. Noch nicht bereit. Ich bin eigentlich ein weißer Spiel, das ich laser am wenigsten lieb habe. Ah, da ist er. Da ist er, ja. Noch nicht. Mann, tut die Gegend an. Wann ist mal der? Boom. Wir haben gesiegt. Gut. Eine ruhmreiche Entwicklung. Level 22. Richturteil. Verurteilt alle Gegner im Umkreis von 20 Metern um den Zielort, wodurch sie sechs Sekunden lang bewegungsunfähig gemacht werden. Mann, na, das ist eigentlich übelst, übelst schlecht. Ja, okay, bewegungsunfähig ist nicht extrem schlecht, aber im Vergleich hat man ja jetzt eine Fähigkeit, die der Schaden verdoppelt oder erhöht einfach. Wegen dem, ja, ist jetzt nicht gerade so nötig. Ist hier. Der Hammer wird mit Blitzen aufgeladen, die von Zeit zu Zeit zwischen euch und ihm überspringen. Gegner, die von diesen Blitzen getroffen werden, erleiden 60% Waffenschaden als Blitzschaden. Ja, ja, so wie, es wäre dann wie Thor's Hammer. Und hier, der Hammer wird mit, genau das gleiche irgendwie, der Hammer wird mit Blitzenergie aufgeladen und explodiert beim Aufprall. Gegner im Umkreis von 10 Metern erleiden 60% Waffenschaden als Blitzschaden und haben die Chance von 20% für ein Sekunden betäubt zu werden. Na. Ja, wir machen wieder ein bisschen mehr Damage. Noch nicht bereit. Auf sieh. Okay, hier ist das andere. Meistens bringt es wirklich, einfach am Rand entlang zu gehen. Oh, wir haben wieder ein Rubin bekommen. Ich glaube, ich muss hier, so. Was bekommt man, wenn man kommt? Bonus-Erfahrung, okay, nehmen wir drauf. Oh, wir haben sogar andere Ausrüstung noch mit Edelsteinen aufsetzen. What? Das wäre auch ein bisschen besser. Oh, damn. Grässlicher Wall. Ja, dann haben wir 10 Stärke mehr. Okay. So. Ich habe Jahre damit verbracht, Orte wie diesen mit Onkel Decker zu erkunden. Das weckt der Erinnerung. Ich genieße es ebenso, böse Kreaturen in fremden, geheimnisvollen Ländern zu jagen. What? Ich sprach von schönen Erinnerungen. Ich ebenfalls. Oh, Mann. Ruhe Städte des Kriegers. Gut, wir sind da. Außerweg. Wir sind Kammerjäger. Und? Puh. 0 mit der Schuldiger. Wir stehen im Feuer. Schaut mal den Leben-Ball dran. Wie er immer runter und nach oben geht. Noch nicht. Na schon. Ey, wir konnten die ganze Zeit in seinem Effekt drin stehen. Ohne Probleme. Nur Geduld. Gut. Und die letzte Kugel. Sehr gut. Run for your life. Äh. Ich habe unsere Reisen geliebt. Die Welt gesehen. Ich bin mein ganzes Leben lang gereist. Und habe gesehen, wie sich die Welt verändert hat. Ja. So war es damals nicht. So. Okay, wir haben hier auch... Wir werden die Welt wieder zu einem sicheren Ort machen. ...den Teleporter freigeschaltet. Da hinten hat es noch Nester. Und alles schön weg. Ich würde auch sagen, wir machen auf den anderen Bereich. Und dann wäre es mal für heute gewesen. Wir konnten jetzt nicht alles. Das haben wir am Anfang jetzt auch nicht gerade gemacht. Oder im vorherigen Bereich. Das ist halt für Erfahrungspunkte ist immer eigentlich gut. Das war es. Das ist jetzt ein kleiner Bereich, ne? Noch nicht. Wir schauen schnell, was hier so... Das ist das Monument einer großen Schlacht. Wir sind abgeschnitten. Sie werden uns jeden Moment erreichen. Aha. Gebt nicht nach, Brüder. Und Sie werden für alle Zeiten über unsere Tapferkeit singen. Der Feind nach. Für Ruhm und Ehre. What? Das war so klar. Okay. Noch nicht bereit. Puh. Und wir sagen, legen wir den Gegner. Ich glaube, das ist dann das selbe. Aber es wollen immer noch. Okay. Enkidu. Und setz. Nice. Ein seltsames Gefühl überkommt mich. Wir sind nicht die Ersten, die dieses Gefecht... Ich habe diese Schlachten in Onkel Deckerts Büchern studiert. Doch sie mit anzusehen ist viel grauenvoller. Schlachten? Aha. Das ist, was wir vorhin gemacht haben. Okay, okay. Wieder mal lost. Sehr gut. Und jetzt haben wir den Bereich, bis auf diese kleine Ecke hier, haben wir alles erkundet. Und hier ist jetzt halt ein bisschen weniger. Das komische, wenn wir jetzt morgen zum Beispiel noch den Rest von der Karte aufdecken wollen, geht das gar nicht. Weil morgen ist eine andere Karte. Das ist immer random. Also es gibt einzelne Elemente von den Karten, die immer gleich sind, wie dieser Ort hier. Aber so im Großen und Ganzen sind diese Bereiche, wo man fightet, sind eigentlich mehrheitlich random. Auch was für Höhlen vorkommen, ist immer unterschiedlich. Let's go. Ich glaube, ich habe hier damals auch einen Stopp gemacht im Stream. Let's go. Der Prophet. Okay. Entschuldigung. Die Lea einfach hinten steht, der den Bogen auf uns schießt, anstatt auf uns selber. Boom, oh jetzt ist er dead, erhebt euch meine Brüder, erhebt euch und kämpft. Okay, er ist dead. Nein. Die ganze Familie ist ausgefeust. Why? Das Geräusch ist einfach dran. Es ist der andere Bruder, der hat gar nicht so golden geleuchtet wie die anderen. Hab den gar nicht erkannt am Anfang. Mach ihn weg! Also! Nice! Puh! Eure Stärke kann sich mit der unserer stärksten Helden messen. Was denkt ihr nun, was ihr seid? Ähm. Ihr betretet nun unser größtes Heiligtum. Okay. Das hier? Der Geist spricht wahr. Diesmal. Okay. Der Weltenstein wurde verändert. Hört das an den Level ab? Hier. Wir kommen schwach zur Welt und erreichen kein hohes Alter. Die Dämonin Nereza versprach ihre Macht wieder herzustellen. Doch hat sie sie stattdessen in missgestaltete Geschöpfe verwandelt und sie gegen uns in den Krieg geschickt. Vielleicht sterben wir, aber nicht bevor wir sie zurück in die brennenden Höllen geschickt haben. Okay. Das klingt sehr, sehr dramatisch. Ähm. Wir haben hier irgendwas bekommen. Ihr hört den Radius des geweihten Bodens auf 24 Meter und den Betrag, um den ihr und eure Verbündeten geheilt werden um 582 Leben pro Sekunde. Ja, geht er. Äh. Ja. Dann hier. Statt Gegner zu verspotten, lasst ihr sie für 8 Sekunden von Furcht erfüllt, die Flucht ergreifen. Ja, ja, ja. Geht eigentlich nicht. Also nein. Einfach nicht. Den Gebot Nachdruck zu verleihen leitet außerdem 20% des von euren Verbündeten erlittenen Schadens für die nächsten 5 Sekunden auf euch um. What? Ah, das habe ich noch gar nicht gelesen. Den Gebot Nachdruck zu verleihen erhöht zusätzlich das Leben, das ihr pro Treffer erhaltet um 259. Das ist sehr geil. Vielleicht haben wir wegen dem so viel Leben bekommen plötzlich. Das könnte gut Sinn machen. Okay, machen wir hier noch fertig. Die edle Heldin hat sich bis hierher durchgekämpft, nur um zu sterben. Ich bewundere eure Hartnäckigkeit. Und wen hast du da mitgebracht? Adrias Tochter? Ich spüre Macht in ihr. Aber das spielt keine Rolle. Was? Deine Mutter wird schon bald dein Schicksal teilen, meine Kleine. Das Bruchstück gehört mir. Tränkt diesen Tempel mit ihrem Blut! Was meinte sie damit? Meine Mutter wird mein Schicksal teilen. Könnte meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben sein? Die Zeit wird es zeigen. Und was ist die Macht in euch, von der sie sprach? Dieser Kampf war zu leicht. Sie spielt mit uns. Wir müssen sofort zurück zu Onkel Deckard. Okay, hier ist das letzte oder das andere Schwertstück. Ich kehre in die Stadt zurück. Machen wir das jetzt noch zu Ende. Hier, das zweite Stück des Schwertes. Magda ist bereits auf der Suche nach dem dritten Stück. Ich erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein Fischerdorf zuraste. Wertham ist das einzige Fischerdorf in der Nähe. Du hast recht, Lea. Das muss Wertham sein. Am Rande von Tristram findet sich eine Fähre, die dort anlegt. Und da gehen wir dann morgen entlang. Das ist ja dann hier, wo wir schon waren, wo wir nicht weitergehen konnten. Hier haben wir eigentlich fast alles erkundet. Außer halt hier in diesem Bereich. Aber sonst ist A eigentlich wirklich alles. Damn! Es gibt eben dann auch mehrere Akte. Die man so durchspielen kann. Und es gibt dann auch so extra Bereiche, die man dann auch noch hinreißen kann. Aber ich weiß nicht, ob die dann gegen NDS freigeschaltet werden. Keine Ahnung. Muss ich irgendwie... Na, speichern muss ich nicht. Ich behalte jetzt mal diesen Screen so als Ende. Ey Leute, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Vielen Dank für alle, die hier ein bisschen geschrieben haben, vorbeigekommen sind, gelurkt haben. Schätze ich wirklich sehr von euch. Ich wünsche allen noch einen schönen restlichen Abend, Tag, Morgen. Je nachdem, wenn ihr das Video auf YouTube anschaut. Ich wäre auch jeden Tag frühestens um 4 Uhr nachmittags hier live auf Twitch. Falls ich aber irgendwie größere Verspätungen habe oder der Stream ausfallen würde, würde ich euch das immer mitteilen auf meinem Instagram Account. Den hätte ich auch überall verlinkt, also unten in der Videobeschreibung oder halt beim Infobereich bei Twitch wie gehabt. War jetzt heute trotzdem noch nice, obwohl es ein bisschen Plan B mäßig war. Also ich hätte jetzt völlig nicht vor Augen gehabt, dass wir heute Diablo spielen werden. Eine Stunde vor dem Stream hätte ich das nicht mal erwartet gehabt. Aber ey, es ist trotzdem jetzt ein bisschen entspannt gewesen, ein bisschen mit euch geredet und ein bisschen gezockt vor allem. Das ist ja das Wichtigste. Danke für den Stream, Dreamer. Ey, no problem. Danke fürs Vorbeikommen, Harmon. Ehre geht raus. Vielleicht sieht man sich später noch, falls du Zeit Lust hast, können wir noch eine Runde ein bisschen zocken. Aber jetzt würde ich als erstes essen, also wahrscheinlich so eine Stunde vielleicht. Also nur, falls du Zeit hast. Ich will eh nicht den Stress bringen oder so. Ja, gut. Ey, Leute. Klingt gut. Ah, ok, gut. Perfekt. Ja, dann schreibe ich dir. Sehr gut. Ey, Leute. Man sieht sich morgen wieder um die gleiche Uhrzeit. Peace out und bis zum nächsten Mal hier wieder auf dem Dreamers Channel. Dieser Spruch darf einfach nicht fehlen. Gut. Leute. Natürlich nicht vergessen. Und. Jedes Mal übelst verkackt. Oh, man. Ey, Leute. Bis morgen. Tschüss.